Okay, du hast eben rausgefunden im Menü, dass es irgendeine bessere Reitenoption gibt. Wo ist sie denn? Musst du Escape drücken, F, Einstellungen, benutzerdefinierte Steuerungseinstellungen und dann ganz unten. Ah, vereinfachte Reitiersteuerung. Wir haben uns beim letzten Mal nämlich ziemlich angestellt, wo ich mich gefühlt habe wie so ein 80-Jähriger, der zum ersten Mal Tetris auf dem alten Gameboy spielt. Und es scheint auf jeden Fall bekannt zu sein, dass es vielen so geht. Und darum haben wir hier eine vereinfachte Reitiersteuerung, die ich jetzt auch mal angemacht habe. Mal sehen, Schafi muss der Zerstörer. Oh ja. Das ist halt 100% besser. Deutlich entspannter. Oh mein Gott, das hat sich letztes Mal halt angefühlt wie Borderlands 1, aber wenn man die Tastatur umdreht und die Augen sich aussticht. So ungefähr war die Steuerung. Und das war deutlich besser. Was müssen wir denn machen? Besiege verhungernde Diebe, die den Wagen angreifen. Okay. Die sind aber ganz schön gut ausgerüstet für hungernde Diebe. Aber das bringt ihnen ja nichts, wenn sie Hunger haben, die Schweine... Boom! Die halten endlich genug aus, dass ich mal meinen Finisher machen kann. Nice. Da sehe ich mich. Okay, da unten liegt nur einer rum. Das ist schön. Alter, hier ist aber immer noch ordentlich los, wobei das diesmal NPCs sind. Also so sah es ja beim letzten Mal auch im Startgebiet aus. Hoppala. Und da waren es halt alle Spieler. Das hat sich mittlerweile ein bisschen verteilt, wie es aussieht. Und ich weiß noch nicht, klickst du permanent die linke Taste oder immer nur, wenn es aufleuchtet? Permanent. Ja, weil ich bin eigentlich auch so jemand, der permanent, ich sag mal, durchhämmert die Taste. Und ich weiß nicht, ob das das Optimum ist. Ich glaube, das geht mir nach einer Weile mega auf den Sack. Dieses ständige Klicken. Ich meine, in der Regel hört man es ja selber nicht. Aber ihr hört es jetzt im Stream bestimmt auch, wenn man darauf achtet. Und wenn man halt permanent alle Buttons smasht auf der Maus. In dem Fall einfach nur links und links und links und durchgehen. Ab und zu auch rechts, ja. Ab und zu auch rechts oder R oder was hatten wir gestern? Mussten wir auf einmal U drücken oder so. Wir sind noch nicht in der Gruppe, süßig. Oh, ähm, interagieren. In Gruppe einladen. Ich hab mich schon gewundert, warum das so lang dauert. Ich dachte, du hast nicht einen umgehauen, aber wir haben es geschafft. Ich hab einen Smashing umgehauen. Geil. Kaido, Fernen, Hallöchen. Ich bin vor allen Dingen das Buttons smashing gewöhnt, weil ich ja der Haarman bin. Ja, das stimmt. Faceball und so. Das kommt erschwerend hinzu. Und die haben wir schon wieder Kartoffeln. Wollt ihr mich verarschen? Vielleicht ist das doch Ferdermist. Ja, die transportieren Ferdermist in weißen Säcken. Fertten Wolf. Edle Visionäre. Ja, er hat einen Wolf, einen ziemlich fetten Wolf. Ich hab einen Wolf, aber er ist Level 10. Nevor, okay. Ja, der hat sich bestimmt hochgeschlafen in der Hauptstadt oder so. Ne, auf jeden Fall wollte ich jetzt mal probieren, halt die Klicks ein bisschen gezielter zu setzen. Und dadurch vielleicht, äh, ein anderes Spielgefühl zu kriegen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Alter. Snooper. Das erste Mal kann ich... Dankeschön. Oh. Ja. Das seh ich nicht. Ähm. Das ist das erste Mal eine Questfolge mit WRC auswählen kannst, welche Belohnungen du davon haben möchtest. Oh, okay. Mal gucken. Der Hauptmann. Oh, krass. Okay, Schultern. Was machen die denn? Erhöht Reputationszuwachs, also Ruf. Erhöht die Dauer von Trankstärkungen oder durch Sammeln regenerierte LP. Oh. Yo, Kaino. Dankeschön für diese Fappe. Fappe. Dankeschön für den Fapp. Oh, das wäre auch mal eine Option, ne? Sie können Subbomben und Feuerwerken und Fappen aller. Da wüsste ich, was die meisten bei uns wählen. Kaino allerdings hat die dicke 10er Subbomb reingehauen. Vielen, vielen Dank für deinen Support, mein Lieber. Oh Gott. Diese Versprecher, die kosten mich irgendwann Kopf und Kragen. Dankeschön. Gefappt wird erst später. So sieht es nämlich aus. Dankeschön. Danke, danke. Ja, ich glaube, ich nehme mit dem Sammeln die LP, die da erhöht werden, weil ich glaube, Rufpushen ist jetzt nicht so das, was wir gleich machen werden. Es ist zum Fappen, ne? Es wird nicht besser. Okay, dann nehme ich die doch. Okay. Ah, man muss oben erst bestätigen und dann nochmal extra runter und die Quest abgeben. Alles klar. Ich verstehe. Ey, jetzt. quasi wie ein W.W., aber ohne Kriegen. Lasst mich raus. Ich wollte... Rollen. Rolle. Wer fasst du? Leute, das war es jetzt leider mit der Beta. Ich bin leider gefangen. Oh, okay. Die Wache ist auch weggelaufen. Die soll da vielleicht gar nicht stehen. Die soll halt rumkämpfen. Gut, equippen wir uns mal eben. Ähm, Schuhe. Da hast du schon wieder deine Haarfarbe verloren. Set face, ja. Das ist sehr ungünstig. Wo sind denn die neuen? Hier. Die möchte ich anlegen. Nice. Gleich ein ganz anderer Charakter. Die Schultern sind mir viel zu lame. Die sollen mal richtig eskalieren. Und so richtig... Wo sind die Xavius Schultern? Ja, wo sind die Xavius Schultern in dem Game? Ich brauche sie. Palatit 20 und sowas. Ich werde jetzt sammeln, um meine LP zu erhöhen. Hier, was haben wir denn hier Schönes? Das sieht mir doch aus wie Kackraut, mein alter Feind. Es ist eine Lumius Wurzel. Ja, denn hier in diesem Stream, Leute, packen wir das Problem noch bei der Wurzel an. So sieht es nämlich aus. Ganz, ganz klar. King, dankeschön. Was ist rund? Hängt an der Wand, macht Tick-Tack und wenn es runterfällt, ist die Uhr kaputt. Du, das hast jetzt aber ganz schön schwergestellt, das Rätsel, ne? Weil ich hätte jetzt auch gesagt, die Uhr. Aber ich bin gespannt, was bestimmt eine völlig andere Lösung gleich offenbaren wird an Gedankengängen. Wisst ihr, was das hier ist? Oh, was ist das vor allem? Wer ist denn er? Junge. Bandit ist ein normaler Bandit. Ich glaube nämlich, dass dieses Kraut Schafsgarbe ist. Kann das sein? Du kennst das bestimmt. Guck mal, das hier. Vom Aussehen ja. Das hier. Aber ich hätte dir nicht sagen können, dass das Schafsgarbe ist. Ja, das wächst hier überall auf jeden Fall. Das sind so ostdeutsche Tulpen, würde ich sagen. Die gibt es ja eigentlich ständig am Wegesrand. Und ich meine, dass es Schafsgarbe ist. Aber wir haben bestimmt einen Botaniker da, der das mit absoluter Gewissheit sagen kann. Nein, du hast recht. Ha. Was? Hä? 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 Was denn? Ich war gerade Rücksprache gehalten wegen dem Uhrenrätsel. Was die Uhr war? Richtig. Nice. Mehr Beute. Was hier oft wächst, sind diese relativ langen Grashalme mit so einer fast schon pinken Kugel. Ich glaube, das sind die Szenen. Aber ich weiß es nicht. Okay. Na gut, Freunde. Die Botaniker streamen wir heute. Hasse, mein Lieber. Mit einer 5er Bomb hier zur Abendstunde. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Mehr Beute für mich. Ich habe lange keine Ausrüstung gelootet. Was müssen wir denn hier machen? Das ist so eine Quest. Ja, also ich habe schon... Vielleicht hat es für dich gezählt. Wir mussten hier die Säcke einsammeln. Ich habe nur wachsende Gefahr. Suche nach Redford. Hast du es nicht angenommen, maybe? Das kann sein. Ich gucke mal. Hier ist noch ein Kraut. Ich bin gerade noch beim Umgebung erkunden. Alter! Lass mich mein Kraut sammeln! Der Kraut hassende Zahacke hat mich angegriffen. Da kriege ich so einen Hals. Ja, ich wollte gerade mal so ein bisschen meinen coolen Schultern-Bonus halt gönnieren. Und irgendwie hat das noch nicht so geklappt. Ja, guck mal. Jetzt wurde ich geheilt. Durchsammeln. Das ist super. Und die Sprinteinlagen sind zwar sehr kurz, weil wir noch nicht so viel Ausdauer haben. Aber dafür sind sie intensiv. Und das ist super. Da kommen wir schnell voran. Ah, hier. Getreideraub. Okay. Das ist aber, glaube ich, halb so schlimm, dass ich den noch nicht hatte. Weil das hat ja beim letzten Mal auch nicht gezählt, wenn wir Sachen sammeln müssen. Das stimmt. Das heißt, effektiv hätte ich jetzt sowieso noch keinen, weil du wieder alle geklaut hast. Sad life. Kann man den Stream heller machen, beziehungsweise das Spiel? Äh, das kann man bestimmt. Da kann ich gleich mal gucken, sollte das Problem bei mehreren auftreten. Aber hier ist es auch einfach gerade ziemlich dunkel. Obwohl ich nicht genau sagen kann, warum. Weil wir haben ja relativ offenen Himmel. Ist ja jetzt nicht mal so, dass wir hier, äh, boom, Junge. Dass wir hier irgendwie in einem finsteren Wald wären oder so. Aber bei den grafikintensiveren Sachen, da kann es natürlich sein, dass diverse Kontraste und Co. dann mal dafür sorgen, dass alles etwas dunkler erscheint. Boah, ich mache hier gerade drei Mobs, Junge. Ich bin ja übertankt. Boom. Und noch so ein Sonnenstoß hier, so ein Schlag. Bam. Geil. War das toll? Habt ihr gesehen, wie viel Schaden das gedrückt hat gerade als Finisher? Herrlich. Herrliche Sache. So. Das war Sack Nummer drei. War das denn mehrere? Ich kann einen so einen Sack kaufen, mehrmals looten? Ja. Das ist natürlich sehr edel. Naja gut, es sind ja so gesehen auch mehrere Säcke. Insofern wäre es ja nur logisch, wenn wir da auch mehrere Tüten Getreide herbekommen. Aber sie hätten das auch ein bisschen besser verstecken können, oder? Wenn die hier den Wagen ausrauben und da bringen sie ihre Beute hin, dann muss man jetzt nicht die super Sherlock-Wache sein, um zu sagen, hey, ist das nicht unser Kram? Okay. Wir kriegen eine neue Brustrüstung. Auch schön mit Wappen hier. Ähm. Hm. Erhöhe die Verteidigung. Hä? Warte mal. Meiner ist viel besser. Wieso ist ein Meiner besser? Weil wir den doch auch letztes Mal erst bekommen haben gegen Ende. Ja, aber der Neue erhöht die Verteidigung um 10 und Meiner um 95. Was? Was zum Fick? Ja, okay. Ich nehme den halt. Ich helfe gern. Ich helfe einfach gern, Leute. So bin ich. Getreide. Meiner ist auch viel besser. Gerettet. Meister Mommel, Dankeschön für dein Abo. Und Hasel noch ein Geschenk rausgehauen. Dankeschön. Okay, wir haben auch Post. Ich habe auch gar nicht mehr so viele Inventarplätze. Letztes Mal noch gefreut, dass die Tasche so groß ist. Am Arsch. Wir haben ja so ein Schnellreisesystem mal ein Rutschen und ich weiß nicht mehr, wo der Briefkasten war. Aber dahin? Ja, vor allem brauchen wir auch so einen Schnellreisepunkt. Aber ich würde sagen, wir rennen erstmal da runter zu Redford. Weil beim Amphitheater, da ist bestimmt ein Briefkasten und irgendein Zwischenposten oder so. Okay. Wenn du dein Gras lootest und dich verstört, gehst du in der L auch so ab. Das Betreten des Rasens ist verboten. Und wehe, ich erwische einen. Sofort Sonnenschlag. Bam, Junge. Und Abfahrt. Er heißt Katze. Sieht aber aus wie ein Kaninchenköter. Und er scheint auch nicht so den besten Rechner zu haben. Mr. Lagende Katze ist unterwegs, Freunde. Hütet euch. Hütet euch. So, mehr Loot für uns. Stoffstücke. Und eine Tafel. Das finde ich cool, dass sie so random hier steht. Wir kaufen Karsakor-Pilze. Okay. Erhaltet Karsakor-Pilzstücke. Schritt 2 Ziel verborgen. Alles klar. Hauptsache, ich mache so einen Aushang an so einer Tafel und schreibe dann, yo, Schritt 2 ist Ziel verborgen, Leute. Meldet euch. Ihr müsst mich dann auch nicht waschen oder so. Ist bestimmt nicht Schritt 2. Das Teil steht dann in Klammern drunter. Okay. Da oben sind jetzt... Das ist ein krankes Pferd. Warum? No. Es ist krank. Und es ist aggressiv. Ich glaube, wir müssen den Bestand der Pferde ausdünnen, damit die Krankheit sich nicht ausbreitet. Das wäre ganz schön belastend, wenn das so wäre. Hier ist wieder ein Kraut. Aber wie ich es auch sammle, ne? Ich reibe es ein bisschen auf den Boden rum. Luminus-Wurzel. Okay. Wir rollen hier hoch. Habe ich in Sport auch immer gemacht. Altes Pferd, krankes Pferd, Durst-Express. Da sind sie von der Gilde. Ich dachte, hier sind die Pilze, aber... Der bestimmt, weil die uns töten, wenn wir sie fighten. Seid ihr aggressiv oder seid ihr nur krank? Das ist eine Stufe 9. Don't do it. Ja, deswegen ja. Aber ich bin der Herr der Pferde, Leute. Die Pferde können mir nichts anhaben. Was ist das hier? Mehr Kraut für uns. Gib's mir das Kraut. Wieder eine Wurzel, okay. Na gut. Die Pferde haben Angst vor uns, Leute. Und das völlig zu Recht. Glücklicherweise ist kein rotes Pferd da. Und der ist sehr aggressiv. Was macht er da? Was macht er? Greift er jetzt ein Pferd an? Er ist verschwunden. Okay, dann laufen wir erstmal noch runter. Die Pilze sind ja anscheinend auch nicht hier. Dann erkunden wir die schöne Welt. Oh. Verlorene Seele. Wir laufen doch falsch, oder? Ja, wahrscheinlich. Nee, wir laufen goldrichtig. Aber wir müssen doch zu dem Lagerfeuer da. Müssen wir nicht runter zu dem blauen Punkt? Der blaue Punkt ist, glaube ich, die Main Quest. Also du willst erst die Pilze machen? Okay. Dann können wir natürlich zu dem Orangenen laufen. Wie in Benny Hallöchen. Ich meine gefährliches Spiel, dass man erst die Wölfe tötet. Sag nicht, du hast die Quest auch nicht. Alter, ich habe gefährliches Spiel nicht. Wo ist die Quest her? Ich weiß es nicht. Was machst du immer für Sachen, ey? Ich nehme einfach alles an. Safe gibt's dir hier bei Muri. Mr. Morgame ist Teil des Games und er sieht genauso aus wie ihr. Mit seiner modischen Pilzfrisur. Alter. Was geht mit dem Wolf? Der hat gehört, dass du die Quests hast. Wollte sofort Rache üben. Bam. Dead. Holy fuck. Hat dieses Spiel etwas mit Bless Online zu tun? Jo, ist der Nachfolger. Okay. Mori, was geht? Ich schaffe das schon. Stimmt etwas nicht. Ja. Was geht? Ähm. Besiege verhungernde Wölfe. Aha. Hä? Als ob du hier bei diesem kleinen Jungen warst und die Quest angenommen hast oder was? Okay. Nee. Dann falsch. Ich habe es gerade auf der Nachricht geguckt. Äh. Auf der Nachricht. Auf der Map. Und da stand das schon, was die Quest ist. Ach so. Ja, weil ich hatte halt in Erinnerung, wie wir hier an dieser Tafel stehen und dann wäre es halt so krank, wenn du währenddessen da links hoch zu dem Jungen und wieder zurücksprintest und dich nicht erinnerst. Das wäre auf jeden Fall Next Level Lost gewesen. Dann wäre safe Tobi neidisch geworden. Ein bisschen. Okay. Ähm. Das Feuer müssen wir aber noch aktivieren und dann können wir uns durch Wölfe und Pilze schnetzeln. Das Feuer heilt mich übrigens. Das Feuer heilt mich auch. Das ist super. Und wir können beten am Feuer mit F. Vermutlich. Gegenstand aufbereiten. Hinsetzen und Essen teilen. Koch. Sägen ändern. Können wir was kochen? Ich habe doch Fleisch. Lunchpaket. Herstellungsliste. Z. Lunchpaket. Salziges Grillfleisch. Da sehe ich mich. Massenherstellung. Boom. Wie viele kann ich? Mal sehen. Ähm. Zwei. Läuft bei mir, Leute. Ich bin der übelste Buffetkoch. Zwei Stücke Fleisch. Wer mich für eine Hochzeit buchen will. Ja. Ist dann bei Veganern sehr beliebt. Gibt nur zwei Stücke Fleisch. Kann man machen. Okay. Ich habe jetzt Fleisch gemacht und kriege ein Tutorial für Kreuzzüge und Invasion. Sie haben Fleisch hergestellt. Sie müssen weg. Okay. Ähm. Habe ich das jetzt hergestellt? Ne. Warte. Z. Salziges Fleisch Grillpaket. Äh. Lunchpaket. Herstellen. Was? Äh. Sie lassen mich nicht kochen, Freunde. Koch. Lunchpaket. Salziges Grillfleisch. Leertasse. Herstellen. Ich glaube, die Beta möchte nicht, dass ich koche, Leute. Ich glaube, sie gönnen uns das nicht. Sie war Hallöchen. Hä? Warum? Hinsetzen und Essen teilen. Ja. So. Jigun hat Hühnchen Donburi am Seelenfeuer geteilt. Durch den Verzehr erhältst du den folgenden Hühnchen Donburi Effekt. Kann an einem Seelenfeuer verwendet werden. Jeder, der an einem Seelenfeuer sitzt und sich das Essen teilt, erhält für die nächsten 10 Minuten eine Stärkung, die 60 Minuten lang Verteidigung um 120 erhöht. Warte. Wir erhalten dann für 10 Minuten eine Verstärkung, die 60 Minuten lang die Verteidigung erhöht. What? Ich bin sehr verwirrt gerade von dem ganzen Kochen, ganz ehrlich. Das Essen kann bis zu 20 Spieler entsprechend zufriedenstellen. Ich esse das jetzt, Leute. Oh, was für ein toller Spieß. Meinte er nicht Hühnchen? Da ist ein Fisch dran. Ja, alles schmeckt nach Hühnchen. Ich sehe gerade nur deinen Hintern. Also nicht, dass mich das stören würde, aber ich wollte gerade den Spieß zeigen. Ja, hervorragend. Das sieht sehr bedenklich aus. Ich glaube, da muss ich den Stream runternehmen, wenn du da stehen bleibst. Okay. Leute, es wird reichlich Hühnchen von anderen gesnackt und ich darf auch noch nichts weiter essen. Ne, ich bin jetzt fertig mit meinem eindeutig zu erkennenden Hähnchenspieß. Geil. Sie kennen deine Kochkunste, haben sie das schnell rausgepatcht. Das glaube ich nämlich auch. Die sehen mich eher bei den Kreuzzugsgeschichten. Genau so. Okay. Leert hast du gedrückt? Ja, habe ich ja. Ihr habt ja sogar gesehen, wie sich der Kreis füllt und dann ploppte das wieder auf. Ihr könnt es gerne noch mal probieren. So ein finales Mal, nachdem wir ja gerade ein Mal genossen haben. Und dann nutzen wir das Seelenfeuer und wählen noch mal Koch. Wählen das Lunchpaket. Und ihr seht, da herstellen. Und Achtung, ich mache nichts außer Leertaste gedrückt halten. Ah ja, und diesmal geht's. Aha. Jetzt haben die das wieder reingepatcht, Leute. Die wollen mich komplett ärgern. Ich habe eben nichts anderes getan. Genauso habe ich es beschrieben gerade. Aber wir konnten jetzt auch was kochen. Okay. Nochmal. Teil das da mal. Das geht jetzt einfach. Wieso geht denn das jetzt einfach? Alter. Also, ich soll mich jetzt nicht stören, aber... Wie zum Fick ging das dann eben, dass ich beim Leertastedrücken ein Kreuzzugsmenü geöffnet habe. Mutter, das Hähnchen ist zu salzig. Zeit für einen Kreuzzug. Baxa, 14 Monate. Dankeschön. Vielen Dank. Kochen dauert halt ein bisschen. Drum musst du im Topf rühren. Also Leertaste gedrückt halten zum Kochen. Oder anderes Handwerken. Ja, Dankeschön für deinen Tipp. Danke, danke. Aber ohne Witz, genau das habe ich gerade schon getan. Und es ist immer was anderes aufgeploppt. Aber ja, vielleicht ist das so eine Beta-Geschichte gewesen. Wichtig ist nur, es hat funktioniert. Es geht. Und wir haben unsere salzige Verpflegung dabei. Sehr cool. Hast du jetzt auch was gegessen? Ja. Okay. Finde ich schon mal cool, dass das auch... Ich sag mal, so ein... Da ist ein Erz. Muss looten. Ich hab zwei Fragen. Ja, warte. Ich muss noch den Gedanken zu Ende bringen. Okay. Dass es quasi auch so ein Prozess wieder ist. Es gibt ja auch einige Games, die mittlerweile so beschleunigt sind, dass du quasi kochst, wählst aus und dann hast du sofort so deine 20 Portionen im Inventar. Aber das feiere ich für so einen gewissen RP-Faktor schon, dass du so an dein Feuer musst und da so Vorbereitungsfeeling das kochen musst. Das ist eigentlich ganz cool. Bei mir wird angezeigt, dass die Server nicht erreichbar sind. Und ja, das ist ungünstig. Vorm Spielstart musst du mal gucken, kannst du ja auswählen, ob so Asien oder Europa oder was auch immer. Vielleicht musst du da mal ein bisschen rumbasteln. Vielleicht sind da gerade irgendwo Beta-Wartungen oder so. Weiß ich leider auch nicht weiter. Was hast du für eine Frage? Du hattest jetzt auch das Briefsymbol, ne? Ich hab drei Briefnachrichten, ja. Siehst du oben an der Map so ein Standort-Symbol als Markierung in grün? Äh, ja. So ein Pfeil da oben? Nicht der Pfeil, weil in einer anderen Richtung, wo wir in etwa herkommen, ist ein Briefkasten und ein Wegpunkt, wenn du auf der Map guckst. Ach so, auf der richtigen Map. Ähm. Ach ja, da mit der 2 markiert, ne? Da ist so ein großer Brief oben. Okay, ja gut, aber unten ist ja auch einer und die nächste Quest. Ach so, okay. Dann können wir jetzt erstmal die Wölfe machen, würde ich sagen. Also W-Punkte gibt es auf jeden Fall. Oh, er stirbt. Können wir ihn retten? Ey, ich hab versalzenes Fleisch. Ich rette ihn damit. Hier, mit meiner heilenden Hand. Boom. Wir kommen zurück, Cezo. Leute, ich bin so ein krasser Heiler, habt ihr's gesehen? Viel zu krass. Ich kenn meine eigene Kraft nicht. Wolfsfleisch bekommen. Aber die Wölfe sind auch nicht ganz so clever, wenn sie hier halt auf der Straße rum pilgern und hier halt alle 3 Sekunden ca. 200 Abenteurer vorbeirasen und jedes Mal aufs Neue ihren Bestand vollkommen dezimieren. Ich kann einen Baum fällen. Bam. Ja. Blöder Baum, ich schlag dich tot. Ja. Nochmal. Spüre meinen eisernen Zorn. Oh, wir müssen... Ach. Mehrere Versuche. Ja, und jedes Mal kriege ich einen dünnen Ast und jetzt ist er kaputt. Der Baum ist kaputt und direkt weg. Das war ja auch nice. Das ist wie bei Classic früher, ne? Wo man so gefühlt 50 Mal auf so eine Kupferader eingedroschen hat. Und dann hast du 60 Mal einen rauen Stein bekommen und mit ganz viel Glück am Ende ein bisschen Kupfererz. Und hier habe ich jetzt dünne Esse, Freunde. Dünne Esse. Was machst du mit diesem Wolf? Der guckte mal mein Leben. Ja, sie haben den Waschzuber umgeworfen. Sie müssen alle sterben. Was denn jetzt? Oh nein. Oh nein. Und der leuchtet blau, der hat Epics dabei. Nachtblume rettet mich schon. Das ist nett. Nachtblume, muss ich sagen. War schon immer Fan von auch. Großartig. Und ich will jetzt diesen blauen Wolf hier looten. Oh, Schatzkartenfragment. Ehre. Autolooten. Also automatisch dann alles direkt nehmen. Und AOE-Loot. Und unterschiedlicher Loot wird auch noch andersfarbig angezeigt. Also wenn das nicht obergeil ist, dann weiß ich aber auch nicht. Einen Wolf brauche ich noch. Und es wird dieser hier sein. Zack. Dead. Okay. Das war die Wolfsfleisch-Geschichte. Die mussten wir hier bei dem Jungen abgeben. Was leuchtet denn da lila? Siehst du das? Ne, das ist nur dein Loot, Schatz. Was ist denn da los? Da ist mein Epic, Leute. Da hinten liegt es. Was ist? Du siehst nicht diese lila Säule? Das ist dein Loot. Bei mir ist es grün. Da war ich aber gar nicht. Toll. Die S-Position sieht aus, wie wenn man einen Spieß frisst, während man die Auspuffanlage des Rennautos eines Freundes beschnüffelt. Ja, so die guten Garagen-Partys von früher, ne? Oh, wait. Das ist der Punkt, den ich gerade markiert habe. Bei mir ist der Gräber die erste Dealer. Top. Wollt eh keinen Loot haben, Leute. Ich wollte eigentlich nur komplett verarscht werden. Nee, das ist ein Briefkasten. Achso, da ist ein Briefkasten. Ja, dann. Okay. Okay. Denkst du dir so, ja, mach schön Stream mit deiner Freundin, wird schon nichts passieren. Da wäre ich nur verarscht, Leute. Merkt ihr das? Nur verarscht. Mit meiner größten Schwäche. Dem Loot. Hier ist ein Zauberrad, das möchte ich jetzt drehen. Nutzen. Verzauberung. Rüstung. Ich kann es echt tun. Lehrlingsrohbe herstellen. Stoffbeinschutz ist talentierten Lehrlings. Achso, das ist dann hier halt Schneiderei logischerweise. Pass auf, ich mache trotzdem meine Hose jetzt. Okay. Okay, es hat leider nicht die gewünschte Animation gehabt. Ich wollte ein bisschen am Rad drehen, aber ich habe jetzt eine schöne Hose, die ich nicht brauche. Vielleicht kommen da noch Animationen rein. Zumindest haben wir gesehen, Berufe, Leute, läuft auf jeden Fall. Mit Epics kriegt man ihn immer her, das ist leider absolut wahr. Sad life. Verdient. Hallo. Glaubst ja wohl. Was haben wir denn an Post? Überprüfen. Nicht abgeholte Teilnahmebelohnungen. Glückwunsch, du bist Stufe 5. Geschenkschachtel, Taschenerweiterung. Ja, und wieder Belebungsschwäche-Kram. Was haben wir hier? Noch mehr Tränke. Und nochmal derselbe Glückwunschbrief. Nur diesmal mit Belohnung für Stufe 9. Okay. Zu den anderen gehört ein charaktergebotener Gegenstand. Möchtest du den Gegenstand abholen? Ja. Hey. Okay, cool. Cool, cool. Mein Inventar ist jetzt voll. Hier ist ein Händler. Warte, ich muss erst meine Taschenerweiterungstickets noch benutzen. Da sind sie. Oder das eine, whatever. Nutzen. Bam. Taschenkapazität um 1 erhöht. Jetzt habe ich hier eine Lebensmitteltruhe. Die mache ich auch auf. Gegenstand erhalten. Obstkompott. Die schicken mir per Post ein bisschen Obstkompott. Das ist ja auch nett. Und Geschenkschachtel Stufe 9. Mega. Erhalte drei Gegenstände. Gegenstände sind zufällig. Okay, aber die mülle ich mir dann mal jetzt nicht random irgendwie mit rein. Okay. Die Tasche sieht aber unübersichtlich aus. Findest du? Ich finde, es geht eigentlich voll. Hier sind diese Pakete, die hergestellt sind oder aus Questbelohnung. Hier oben Genesung. Oben ist dann alles nochmal so unterteilt. Hier sind dann die Mats drin. Finde ich eigentlich okay. Aber gut, ihr kennt halt auch meine Taschen. Ich glaube, ich bin niemand, der Taschenordnung bewerten sollte. Das geht sonst schnell nach hinten los. Ich bin nicht. Hallo? Ich werde hier nur besearcht an allen Ecken. Das war gerade nur ein Versehen. Das glaubt mir jetzt zwar eh niemand. Aber hey. Ja. Verkaufen. Ich hoffe, hier ist jetzt nicht das bei, was ich schon trage. Ne, sieht nicht so aus. Das ist schon mal gut. In vielen alten RPGs ist es ja noch so, dass das nicht unterteilt ist. Und dass du dann immer aufpassen musst, was du gerade verkaufst. Weil da auch die Sachen bei sind, die du gerade anhast. In Borderlands habe ich regelmäßig meine Waffen verkauft. Richtig. In Borderlands zum Beispiel auch. Zählt nicht mal zu den Ältesten, die ich gerade im Kopf hatte. Aber da kannst du auch die Waffen verkaufen. Und irgendwann kommst du dann bei denen an, die du selber trägst. Und wenn du dann so im Verkaufrausch bist mit Doppelklick oder so, dann boom. Ich glaube, es gibt da Möglichkeiten, dann Sachen als Favorit zu wählen oder so. Aber gerade wenn du in einem Levelprozess bist, dann willst du auch nicht alle drei Minuten deine neu erhaltende Questwaffe als Favorit setzen. Und so ein Kram. Siegel kochen. Obstkompott können wir für 35 verkaufen. Was? Kiste ist unverkäuflich. Lunchpaket. Ey, Giovannis Kartoffelsuppe hier. Komm. Schön weggetickt. Alexia erhöht die maximalen LP. Das kann man sich ja mal reinpfeifen, weil wir werden jetzt bestimmt heftig fight one. Alexia des Wohlbefindens. Einmal gönnen. Nice. Okay, wir haben Buff Food, wir haben Tränke, wir haben Post abgeholt. Ich habe ein bisschen aufgeräumt im Inventar. Uns kann im Grunde nichts aufhalten. Geschichtenerzähler Didi. Okay. Wo man hier aussieht. Er sieht auch aus wie Geschichtenerzähler Didi auf jeden Fall. Er müsste noch so eine kleine Hupe in der Hand haben. Düt, düt und dann immer allen auf den Sack gehen irgendwie. Morgens um drei, Didi ist wieder besoffen. Düt, düt, wer will eine Story hören? Da sehe ich ihn in der Situation. Aber so ist es leider nicht. Gut, Didi Kong, vielleicht auch das. Aber wenn man ihn auf Wish bestellt, dann ist das wohl wahr. Das war dieser Posten, zu dem wir auf jeden Fall hinwollten. Und jetzt können wir wieder nach unten. Und müssen da eigentlich Pilze sammeln, oder habe ich das jetzt geträumt? Nee, das müssen wir auch irgendwann mal tun. Schmeckt wie Hühnchen. Da ist noch eine Quest. Mori will erstmal noch mehr zu essen haben. Und irgendwann werden wir weiter gen Süden kommen, Freunde. Aber dieser Tag ist noch fern. Shion, hi. Wieder keine Benachrichtigung. Ja, bestimmt in einer halben Stunde oder so. Wieso ist man nicht mal? Weißt du, wo man die eisige schwarze Axt bekommt? Nee. Aber wenn du das genauso, also den Namen dieser Waffe bei Google eingibst, dann kommst du höchstwahrscheinlich sehr schnell zu einem Ergebnis von Wowhead. Und das ist eine der größten Datenbanken zu WoW, die wir haben. Und dann wird dir da bestimmt dieses Item angezeigt. Und da findest du dann, welcher Mob das droppt oder welche Quest das gibt oder wer das herstellen kann. Zu welchen Bedingungen. Kann ich immer nur empfehlen. Wenn ihr Wowhead seht, dann seid ihr immer gut aufgehoben. Zimtschnecke. Hallöchen. Grüße. So, besiege Stummelkäfer, um Stummelkäferkörper zu sammeln. Das ist super. Das ist, das ist doch mal, oder? Eine richtig, richtig schöne Quest. Nichts mit Sammelkäferaugen oder Sammel, weiß ich nicht, Käferbeine, sondern bring mir den fucking Körper des Käfers. So, da seh ich mich. Und der wird ja wohl zu 100% droppen. Die Frage ist nur, wo sind die Käfer? Eigentlich in der ganzen Zone gefühlt. Dann laufen wir mal ein bisschen runter, weil hier waren ja die Wölfe. Und dann finden wir die vielleicht etwas weiter oben. Mal so hin. Ist das ein Blastkies? Oh. Ähm, okay. Bei dem Schöpfer hat jemand, der nur Kies vorgeschlagen. Und sowas ist halt immer seltsam, wenn jemand einen Link per Whisper schicken möchte. Daher drückt euch bitte direkt den Einsatz aus. Da muss ich das nicht löschen. Lull. Hier sind die Käfer. Stummelkäfer. Oh. Die sehen echt ranzig aus. Eww. Sie haben auch noch Krallen. Die sahen von hinten schon ranzig aus. Aber zumindest droppt er direkt zu seinen Körper. Das ist sehr, sehr schön. Welchen Pakt spielst du gerade? Ich bin beim Licht. Bin ein Lichtritter. Toll, oder? Vor allem der Questtitel. Ich kann mir denken, wozu er die will. Schmeckt wie Hühnchen. Hm. Leider auch. Käferfleisch. Proteine, Leute. Extraportion Eiweiß. Geil. Da ist auch ein kleiner. Ein kleiner und ein großer Stummelkäfer. Freunde, seht ihr, falls sich da jemand schlecht fühlt? Es gibt kleine und große Stummel, Leute. Lasst euch da nicht ins Gewissen reden. Boom. Sonnenschlag. Nach der Käfer-Quest werden wir auch unsere letzten Keys raushauen. Noch ein Körper. Wie viel wäre denn? Acht. Alter, was hat dieser kleine Junge für Hunger? Was für acht von diesen Käferkörpern. Abram-Soul. Dankeschön. 20 Monate. Danke, danke. Boom. Okay. Der hat ein Pferd. Sehen die Kleinen auch? Mal sehen. Weiß nicht. Bäm. Gib mir deinen Körper. Ja. Okay. Etwas, Freunde, was ihr immer hinterfragen solltet als Satz. Vor allem, wenn er von Käfern kommt. Kann ich beide noch angreifen? Ja, nice. Er wirft ihn zu uns. Guter Mann, dieser Berserker. Guter Mann. Der rastet auch komplett aus. Ah, und einen brauchen wir noch. Schleimig, aber vitaminreich. Genau so sieht es nämlich aus. Last Boop. Sick. Hallöchen. Hier kann ich nochmal einen Baum fällen. Ne, jetzt meinen Holz haben. Oh, das ist auch eine ganz alte Baumfäll-Taktik. Guckt mal. Man muss nämlich die Arme durch den Stamm schlagen. Und eine unreife Frucht habe ich auch noch gefällt mit meiner Axt hier. Hör mal. Zack. Noch eine. Schön. Leute, kämpft mal gegen die Käfer. Ich bin hier Holzfäller im Außeneinsatz. Bam. Baumfeld. Butz. Sehr schön. Ich bin so eine Art Biber. Ich brauche noch einen Körper. Von diesem Käfer möchte ich diesen haben. Dann haben wir das auch schon fertig. Macht das Bock? Ja. Ja. Das hätte ich schon ausgemacht. Auf jeden Fall. Schon cool. Also, ich kann dir jetzt natürlich nicht sagen, ob das in drei Monaten auch noch cool ist. Aber gerade. Neues Game. Macht erst mal Bock. Auf jeden Fall. Er umarmt den Baum. Er ist ein Moonkin. Ich bin immer Dudu, Leute. Geil. Wo müssen wir das denn abgeben? Nicht zum kleinen Jungen. Ich dachte, Mori. Toll. Mori will das gar nicht. Ja, aber ich dachte, er will noch mehr essen. Aber nein. Nexus. Drei Monate. Für dich, kleiner Holzfäller. Dankeschön. Für die Lebensversicherung. Man kennt es. Danke, danke. Rakal. Hi. Da kommt man in den Stream rein. Das erste, was ich höre, ist schleimig, aber vitaminreich. Ich bin ein Mensch. Hier darf ich sein, oder? Genau so ist es. Wenn ihr selber anfangt, schleimig und vitaminreich zu sein, Freunde, dann müssen wir nochmal reden. Aber an sich ist das erstmal eine gute Sache. Ah ja. Der sieht no hate, aber der sieht schon eher aus wie jemand, der sich die Käfer gönnen würde. Mal schauen. Wir versuchen uns so gut es geht, in dieser alten Ruine zu verstecken. Ja, hier hast du ein paar Käfer und ich kriege Schultern. Dachte ich. Ne, wait, das ist ja gar nicht, oder? Damn, der wollte die gar nicht. Jetzt habe ich ihn mit Käfern beworfen und er wollte die gar nicht belasten. Dafür sind hier jetzt die Pilze, die wir brauchen, glaube ich. Alter. Was ist das denn? Zack. Weggeschlitzt. Beute. Ja, Pilzstück. Okay. Ich habe mich vorhin schon gefragt, warum sie Pilze sammelt, aber wir nur Pilzstücke zur Abgabe brauchen. Jetzt weiß ich es, weil das Riesenteil kann natürlich keiner mit sich rumschlagen. Oder rumschleppen in dem Fall. Wobei, werte Herren der Schöpfung, können wir doch, oder? Lul. Hier sind die Strauchdiebe und die Pilze. Ein Wütpilz. Alter, der ist wirklich wütend. Was ist der beste Pakt? Scheiß Blizzard. Ich hasse Activision. Genauso. Genauso stelle ich mir die Leute vor, die solche Tweets schreiben. Schön die Wütpilze, Alter, wie sie mit ihren kleinen Armen und kleinen Körpern so schlachsigerweise durch die Twitter-Landschaft tingeln. Genau da sehe ich sie. Der da auch. Gucke. Ah, scheiß Blizzard, Mann. Danke, Activision. Ah. Ah. Fuck, Mann. Bäm. Hehehe. Wieso? Help, was tust du? Ja, klarkommen. Ja, ich sehe dich nicht mal. Wo bist du? Ich kriege auf dich zu. Da unten. Hallo. Na? Da ist schon einer tot. So, ich helfe mal. Ne, er hilft schon. Kann ich dann dem noch helfen? Ne, ich kann ihn looten. Das ist nur ein Strauchdieb. Ich dachte, es ist einer von uns. Aber es ist nur ein Strauchdieb. Ach, Mann. Und der hat sich einfach hingelegt. Die Mobs sind manchmal sehr seltsam. Die einen rennen dich komplett tot und die nächsten legen sich lieber schlafen mitten im Kampf. Von mir aus. Bist du wieder da? Bist du wieder heil? Ja. Sehr gut. Hier rennen halt so viele Leute rum. Ich verliere mega schnell den Überblick, wo wer ist. Das ist echt belastend. Der Cousin von Mental Manfred. Der Pilz Peter. Ja, da sehe ich ihn. Oh, der ist ja auch mutig da vorne. Ja, fett. Die muss mich gerade nochmal einspielen mit meinen Fähigkeiten. Ich habe ja hier auch den Schildschlag so noch. Dann hatte ich hier die Blockenposition. Hier habe ich einen Charge. Seit ein paar Monaten am Lurken ohne Supp. Nimm mein Geld. Oh, Rinse. Das ist aber nett. Dankeschön. Dankeschön für deine Donation. Nur für dich werde ich jetzt diesen Pilz töten. Und ihn mieser Sonnen schlagen. Okay, der hält ganz schön was aus. Was mit dem? Okay, er greift auch nicht an, wenn ich das will. Das ist aber schon interessant. Wenn das echt so mit dem Blocktiming dann, ouch, weiterlaufen soll. Dann ist das ja mega krass. Weil dann musst du ja wirklich mega auf den Gegner achten. Und dann quasi im richtigen Moment den Block drücken. Weil ansonsten mache ich es ja wie eben und ziehe meinen Block. Der hält dann nur ein paar Sekunden. Und dann war es das. So. Und dann kommt wieder die Hitze und ich kriege die voll in die Fresse. Das will ich aber gleich nochmal üben. Warte mal. Dankeschön. Ich will jetzt mal den hier am Rand haben. Achso. Auch noch. Erstmal muss ich engagen. So. Und jetzt warte ich auf ihn. Jetzt schlägt er. Ja und. Hä? Warte, was? Ich habe geblockt, als sein Schlag anfing. Gemacht hat er dann aber trotzdem nichts. Erstmal Trank reinpfeifen. Ich will noch so einen. Wo ist denn einer mal am Rand, dass den auch kein anderer angreift? Der da. Der ist gut. So. Pass auf. Zu dem gehe ich jetzt hin. Hallo. Ja. Ich bin es. So. Der greift mich jetzt an. Ich blocke. Oh mein Gott. Hat er abgewartet. Verarscht mich nicht. Nochmal. Komm her. Da schlägt er ganz langsam. Jetzt. Ah. Diesmal hat geklappt. Wow. Aber dann musst du das ja so krass im Auge behalten. Dann musst du als Tank. Ja fucking jeden Mob studieren und dann wissen wie er zuschlägt. Oder sie haben alle die mehr oder weniger gleiche Schlagfrequenz. Und wenn du es einmal drin hast, dann geht es auch. Kannst du es noch mit Talenten verbessern. Dies, das. Aber das ist ja mega interessant. Das ist glaube ich so ein Punkt, ich sag mal von. Von Skill. Den sich viele manchmal für WoW wünschen. Die überkrassen, ehrgeizigen, ambitionierten Tanks, die dann sagen, ich will mich nicht nur durch meinen Gear unterscheiden, sondern ich will auch richtig das Timing perfektionieren. Und dann eben in der richtigen Sekunde blocken und dadurch dann die Gruppe retten oder halt viel weniger Schaden bekommen oder so. Das finde ich sehr interessant. Ist das auch irgendetwas, was so getimt ist? Nein. Sad life. Aber die Quest ist auch auf Zeit. Wir haben nur noch eine halbe Stunde für zwei Mobs. Wir sollten uns beeilen. Ich finde das sehr interessant gerade. Wenn ich es nicht völlig falsch verstanden habe, kann natürlich auch sein Beta, dies, das, Serverlack, sein Vater und schon nimmst du das natürlich ganz anders wahr. Wir gucken jetzt bei dem einfach nochmal. Hey, mein Freund. Der greift uns natürlich nicht an, sondern wer ist das denn? Shae. Shae hat ihn getötet. Ich werde das bei den nächsten Mobs auf jeden Fall mal noch ein bisschen probieren. Ob das so funktioniert, wie ich mir das denke oder nicht. Fände ich schon cool. Level up is done. Und Schultern auch. Pilzstücke. Pilzstücke brauche ich, glaube ich, auch noch. Nö. Brauche ich nicht, wie es aussieht. Dann hauen wir aber einfach. Naja, nehmen wir den Dicken. Ich glaube, die kleinen droppen das gar nicht, oder? Dann müssen wir eh den Dicken nehmen. Oder ich nehme den hier. Oh, jetzt blocken. Und er schlägt einfach nach vorne und nicht auf mich. Was ist mit ihm? Oh Gott, kann das deprimierend sein, so zu denken? Stell dir vor, du machst gerade das Timing des Jahrtausends. Und dann schlägt er einfach plötzlich nicht in deine Richtung. Oh mein Gott, das würde ich aber nicht lange aushalten, glaube ich. Da würde ich dann so weinend in Embryonalstellung in der Ecke sitzen oder so. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wenn du echt dich mega konzentrierst, ne? So ein kleines bisschen von Souls mit dem Timing. Heftig. Ja, also an sich finde ich das sehr, sehr cool und herausfordernd. Aber 24-7? Puh, da raucht einem, glaube ich, auch schnell der Kopf dann mal ab. Aber so ist das, ne? So ist das. So, Hermedo. Hallöchen. Musst du mir gerade nochmal anschauen, wie Schei dich getrollt hat. Das freut mich sehr, wenn du da jetzt Spaß mit dieser Szene hast. Jo, jetzt nochmal er hier. Pass auf. Einen Try noch an dem jetzt. Guck mich an. Was macht er? Ah ja. Und ich habe mein Schild erstmal wieder gefangen. Komm, schlag nochmal. Jetzt leuchtet. Ah, er leuchtet auch. Okay. Nochmal. Und der Block hat auch immer pünktlich Abklingzeit. So, jetzt. Zack. Ne, den habe ich wieder gefressen, glaube ich. Das war ein... Nein, warum? Jetzt. Ah, boom. Schildschlag. Butz. Okay, der arme kleine Boy, er wollte uns retten und wusste nicht, dass ich das nur übe grabt. Ich will das nochmal probieren. Ich will das gerne draufhaben. So, nochmal. Strauch die. Komm. Sieh mich mit deiner Maske. Und schlag. Zack. Geblockt. Nice. Okay. Nochmal. Ah, ah. Da hat er angetäuscht, die Missratte. Aber. Kam, glaube ich, noch durch, oder? Er hat von unten dann nochmal. Ich gebe ihm noch eine Chance. Doch nicht. Er ist tot. Na gut. Ja, aber so scheint es zu funktionieren. Und dadurch, dass, ich meine, der Charge hat ein bisschen, äh, oder der Schild hier hat ein bisschen länger cool dauern. Aber das hier ist ja, wir drücken das und schon ist wieder ready. Wir könnten dann auch dauerhaft gefühlt blocken. Und wenn man es natürlich dauerhaft immer drückt und sich nur auf das Blocken konzentriert, ähm, dann kannst du natürlich dazwischen nicht viele Fähigkeiten machen. Und kannst genauso Pech haben, wenn du es nur spammst, dass genau in den Phasen dazwischen dann der Schlag kommt. Aber das macht es natürlich an sich dann etwas einfacher, da die Abklingzeit sich so schön bedingt. Sich selber, Freunde. Ich habe hier eine Markierung noch mit der 4. Dann gucken wir mal nach, was die 4 ist. Das finde ich sehr seltsam. Ich muss mich nur mal kurz in Sicherheit bringen. Ähm, das sind irgendwelche Zeitgeschichten. Ich habe es leider auch nicht in meinem Questlog gerade so in der Übersicht. 4. Ich brauche auch noch ein Pilzstück. Warum wird mir das nicht mehr angezeigt? Ja, ich bin fertig. So sad. Beute. Beute, Beute. Dann brauche ich auch noch einen Pilz. Dann nehmen wir den da. Da kämpfen bestimmt eh gleich Leute mitgegen. Boom. Viel zu weit gesprungen. Scheißegal. Zack. Geil. Okay. Sonnenschlag in die andere Richtung. Oh. Yo. Schön alle beide getroffen. Ja, und dann ist es natürlich krass, wenn du dann gutes Positioning hast und hast so 3, 4 Millimops vor dir und kannst die dann alle gleichzeitig blocken mit gutem Timing. Das ist natürlich dann richtig Chefsache. Holy fuck. Der Pilz muss jetzt auch noch weg. Komm schon. Der kriegt mich nicht. Sonnenschlag. Bam. Okay. Sehr schön. Habe ich fertig. Cool. Finde ich ist ein geiles Prinzip. Wäre für mich nur definitiv dauerhaft nichts. Da würde ich komplett verrückt werden. Echt jetzt. Ich meine, bei WoW ist es ja auch nicht anders. Da musst du auch mit dem Schild dann zum Feind und darfst nicht den Rücken schlagen lassen. Aber wenn du da zum Beispiel beim Krieger deinen Schildblock ziehst, ne, dann hält er ja erstmal eine ganze Weile. Und den musst du nicht so perfekt auf die Sekunde timen. Das ist schon ein starker Unterschied auf jeden Fall. Sehr, sehr starke Sache. So. Nichts lieber als das. Das haben wir auch fertig. Ich habe, glaube ich, noch irgendwas bekommen. Kann das sein? Irgendwo ist was aufgeblitzt bei den Schultern schon wieder. Ah ja. Die nehmen wir doch glatt. Stabil. Und dann, wo bist du? Ich bin hier oben. Ah ja. Können wir da noch rein. Und wenn wir da in der Stadt sind und verkaufen und so, dann mache ich mal das Giveaway fertig. Ja. In dem Theater. Ex-K. Hallöchen. Wenn die Server nicht top sind, ist es gleiche Katastrophe wie Blade & Soul. Geile Mechanik, aber kaum spielbar. Das ist hier natürlich nochmal doppelt und dreifach krass. Also, ich kann nicht eine Fackel nehmen. Cool. Nicht lang fackeln, Leute. Ist natürlich bei allen Games ärgerlich und bei WoW kotzen wir natürlich auch, wenn die Server nicht laufen, ja. Aber wenn du hier solche kleinen Zeitfenster hast, was das Timing von Blocken oder Kombomechaniken auch angeht. Und das geht nicht. Allein bei meiner Standard-Klick-Angriffskombo, die ich jetzt ständig gemacht habe. Oh, das ist dieser andere Schmerz. Okay. Shy guckt sich um. Dann mache ich mal unser Giveaway fertig. Wir haben nämlich noch drei Keys bekommen. Und die können wir dann gern verlosen. Das Ganze wird circa zehn Minuten laufen. Und ihr könnt dann, wenn unser Bot Bescheid gesagt hat, wieder mit Ausrufezeichen Raffle mitmachen, wenn ihr denn wollt. Jetzt muss ich nur schauen, wo war es denn eben da? Giveaways und Custom. Es geht um einen Blass-Beta-Key. Genauer spezifiziert handelt es sich dabei um einen Blass-Beta-Key. Und das Ganze soll laufen. Wir haben gesagt, wir machen circa zehn Minuten. Jawollo. Leute, dann fühlt euch frei. Läuft noch, was haben wir gesagt, bis zum neunten, glaube ich. Bis zum neunten kann man dann hier nochmal schön reinzocken. Gucken, ob auch dieses Prinzip, was wir gerade kennengelernt haben, ob das was für euch ist. Oder auch nicht. Und wer Lust hat, der kann dann hier gerne mitmachen mit Ausrufezeichen Raffle. Sagt der Bot gleich auch nochmal genau. Und dann ziehen wir noch drei Gewinner. Game ist auch nicht groß. Das kann man rückzuck runterladen. Und dann mal selber ein bisschen durch die Reihen ziehen hier. Durch die Reihen der Pilzmenschen. Und sonst was. Ja, meine Angst war halt zuerst, dass ich mich einfach nur blöd anstelle. Und die Gefahr ist ja auch immer real. Aber es war wirklich eine einfach etwas schwierigere Mechanik. So. Redford, wir sind da. Ich habe gehört, dass du meine Ausrüstung verbessern kannst. Yes. Du brauchst Hilfe beim Verbessern von Waffen und Rüstungen. Marco Morta hat mich geschickt. Marco Morta, ist das die Möglichkeit? Ich dachte, dieser alte Halsabschneider wäre schon vor Jahren gestorben. Nein, er schickt uns. Und jetzt, hilf mir, Bro. Hilf mir, Bro. Hilf mir, Bro. Okay. Er braucht anscheinend irgendwelche coolen Materialien. Und wir haben schon wieder so ein Zeit-Event gefunden. Kann das sein? Ungebetene Gäste läuft gerade bei mir. Besiege die Banditen im antiken Amphitheater. Das sind glaube ich so wie, ja so Mini-Events. So Weltquests oder so. Wo man immer mal rein stolpern kann. Wäre ungünstig, wenn es mehr wäre. Ja. Also ich denke nicht, dass wir jetzt so viele, ich sag mal, auf Zeit-Missionen hintereinander bekommen. Aber das war, wo war das? Ich glaube, bei Rift gab es auch jederzeit die Möglichkeit, dass sich so ein, naja, Rift eben. So ein Riss öffnet. Und dann war da halt so ein Mini-Event, was dann mega viel EP und Loot gebracht hat, wo alle immer hingepilgert sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ähnlich ist. Wie halt so eine zeitlich befristete kleine Extra-Weltquest. Ich habe erstmal alles abgegeben. Haben wir eigentlich einen Talentpunkt bekommen? Müsste. Ich wollte nur eben noch verkaufen, weil es ist langsam ein bisschen viel. Ja. Ich check nur gerade nochmal die Rüstung. Aber meine Brustrüstung ist sowas von krass. Holy fuck. Da kommt niemand ran. Und Redford hat auch noch eine Quest, die es aussieht. Klingt super. Schließe die Arena-Herausforderung heilige Prüfung ab. Das klingt ja wirklich super. Dungeons können über das Spielersuche-Menü betreten werden. Okay. Dungeon beitreten. Dungeons können nur betreten werden, wenn du die Zugangsbedingungen erfüllst. Wenn du in einer Gruppe bist, kann nur der Gruppenanführer dafür sorgen, dass die Gruppe den Dungeon betritt. Aha, aha. Du kannst einen Dungeon betreten, sobald das Spielersuchsystem eine Gruppe zusammengestellt hat und alle Gruppenmitglieder bereit sind. Du kannst einen Dungeon nicht während einer Aktion oder mitten im Kampf betreten. Alles klar. Ich verstehe. Verstehe, verstehe. Tasche ist fast voll. Fertigkeiten wollte ich noch schauen. Da habe ich einen Punkt und kann hier zum Beispiel die Abklingzeit von wagemutiger Anschlag verringern. Dann machen wir das doch glatt. Verringerte Abklingzeit, Leute, ist immer eine gute Sache. Walner, Hallöchen. Freust du dich auf das Remaster von Mass Effect? Ja, schon. Allerdings habe ich es ja gerade erst gespielt. Deswegen freue ich mich schon, aber ich hype jetzt nicht so mega entgegen, weil ja mein letzter Durchspiel-Run noch total frisch ist. Aber wenn es dann irgendwann soweit ist, freue ich mich auf jeden Fall, ja. Ich verkaufe auch noch mal ein bisschen Kram. Ich könnte mir da tatsächlich eine Brust herstellen, die besser ist bei einem Zauberding. Dann guck du mal bei der Schmiede, ob da auch was Besseres für dich ist. Ah, das ist eine sehr gute Idee. Wo haben wir denn hier die Schmiede hier drüben bei denen, oder? Ja. Die Schmiede. Oh, er sieht ja auch schon ein bisschen krasser aus hier. Oh, eine ganze Rüstung am Leuchten. Krasser Typ. Lucky, Hallöchen. Vrel, hi. Dann nutze ich mal Schmiede, Rüstung, Beinschutz. Oh. Die Brustrüstung ist wieder schlechter als meine, aber die Hose scheint sehr nice zu sein. Nur brauche ich fünf Eisenerz. Und ich habe nur drei. Es sind dunkle Zeiten, Leute, für die Eisenindustrie. Sad life. Okay. Dann würde ich sagen, wir gucken hier mal schnell runter. Und schauen mal gerade, ob wir hier diese Aufzeit-Quest eben fertig kriegen. Oder habe ich das geträumt, dass das hier ist? Eigentlich nicht, weil es ist ja das Theater. Eigentlich sollte das hier sein. Amphitheater vorne kennen wir. Amphitheater der Agonie und so. WoW-Arena-Quest. Zuldrak. Was geht? Betrunkener Dieb. Okay. Flinker Dieb. Sind das die? Ja, die Banditen vermutlich. Sind die das? Und wenn ich ganz viel Glück habe, kriege ich noch mein Eisenerz voll. Bam. Bam. Okay, nochmal? Nein. Schade. Das wäre natürlich dann der Dream, dass man die Server-Lags zu den eigenen Gunsten ausnutzen kann. Wenn sie denn dann da sind. Oh, hier ist aber auch ein formidabler Schorke. Hallo. Grüße Sie. Bam, Junge. Oh, der hält mittlerweile echt ganz gut aus. Das sind auch noch zwei, oder was? Speer Dieb. Wo kommt der denn her? War der unter seiner Robe, oder was? Freunde, die... Ihr macht ja Sachen hier. Das sind ja ganz neue Sitten. Komm, noch schnell den Smash-Angriff. Jawollo. Da ist er im Eimer. Herrlich. Stoffstücke. Gold. Ich brauche Erz, aber die droppen schon an die 100 Gold pro Mob. Das finde ich schon stark. Kann man irgendwo einstellen, dass Blass auf dem Primärmonitor läuft und nicht auf dem zweiten Monitor? In den Einstellungen finde ich nichts. Oder in den Steam-Einstellungen. Also ist jetzt kein Problem, womit ich zu kämpfen hatte. Und mein allgemeiner Blass-Erfahrung, Schatz, der beschränkt sich leider aufs Minimum. Deswegen habe ich da keinen allgemeinen Tipp. Aber vielleicht weiß einer unserer Informatik-Boys und Co. unsere Technik geschulten, was man da vielleicht mal probieren könnte. Vielleicht gibt es die mega geheime Tasten-Kombo, die dann immer alles auf... Ich hatte gerade auch Probleme damit. Echt? Und wie hast du es gelöst? Gar nicht, weil die Einstellungen nicht funktionieren, um etwas zu ändern. Okay. Ja gut. Das waren jetzt nicht so die besten Nachrichten-Scarecrow an der Stelle. Aber vermutlich fällt auch das mit unter Beta-Time. Ja. Und auch das ist noch nicht optimiert. Gut, ich habe mein Erz. Wir brauchen trotzdem noch drei Banditen. Kann ich in den jetzt mal so ein bisschen... Nee, das hat die Range gar nicht. Schade, ich dachte, das geht weiter. Was macht er? Hallo? Hallo? Ich bin hier der Tank. Wo ist er denn? Langrand. Oh mein Gott. Ich habe viel Fraßstiefel bekommen. Auch die stehen mir bestimmt, Leute. Oder? Guck mal. Schön, die Hochhackigen hier. Da sehe ich mich. Die geile Lederhose. Der Typ an der Schmiede sieht aus wie ein Robocop. Der pumpt. Auf jeden. Schön mechanisiert, Freunde. Der Wahnsinn. Wir brauchen immer noch zwei. Ich bin jetzt hier hochgegangen in der Hoffnung, dass hier gleich einer spawnt. Aber den war nicht so. Dann gehen wir halt hier runter. Putz. Okay. Hast du oben auch noch einen? Nein, ich bin... Ich stehe neben dir. Ach so. Ja, hier sind so viele. Bam. Ja, aber ich bin ein lilafarbener Elf. Wir haben die Quest. Und ich habe schon wieder Schultern bekommen. Ich habe wieder eine Quest bekommen. Echt? Ich siege die Banditen im südlichen Umland von... Ah, naja, das ist glaube ich nicht die, oder? Ich wollte gerade sagen. Ich glaube, das ist ein anderer Teil. Ja, der Questlock, der wechselt auch immer noch ganz schön hin und her. Deswegen habe ich vorhin ja auch mittendrin nicht mehr gesehen, wie viele Pilze ich jetzt noch brauche. Und nicht. Haben wir eigentlich Fallschaden? Oh. Ja. Haben wir. Gut, genau. Upsi. Upsi, upsi. Okay. Ich habe jetzt genug Erz, wenn ich mich nicht irre. Dann kann ich jetzt meine coole Hose doch noch machen. Können wir ein bisschen craften, Leute. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Da erinnere ich mich immer gern an die erste glorreiche Zeit im Wald von Elvin, wo ich einen Krieger spielen musste. Weil mein PC zu schlecht war für Sturmwind. Und mein Cousin es für eine gute Idee hielt, mich trotzdem dahin zu porten, als ich mit meinem Nachtelfenjäger noch in Teldrassil unterwegs war. Und dann musste ich so lange, bis wir eine neue Grafikkarte hatten, was anderes spielen. Und da habe ich dann schön raue Kupfersachen hergestellt den ganzen Tag. Mich schön equippt in weißen neuen Sachen. Alter, was ist das? Große Rüstung des Ausschnitts oder was? Holy fuck. Einmal bis zum Bauchnabel, bitte. Läuft bei ihr. Schmieden. Rüstung. Beinlinge. Herstellen. Ah, gucke. Hier haben wir schon so eine Schmieden-Animation. Das ist cool. Das war bei den anderen jetzt eher so lala. Aber wir haben Schmieden erhöht. Nice, sehen wir hier unten. Relativ simple Leiste. Und wir haben unsere Hose. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schuhe. Ausrüsten nicht möglich, nur für Waldläufer. Okay. Schulter. Erhöht die Dauer von Trankstärkung. Erhöht die Dauer von Trankstärkung. Geil, das ist ja komplett dasselbe. Nehme ich die goldenen. Und Hose. Wow. Nicht schlecht, Leute. Vier Rüstungspunkte nach oben. Na denn. Nehmen wir die doch. Läuft krass bei uns. Der Ausschnitt ist schon ein Kaufargument, oder? Wissen, wie es geht. Ach, Mensch. Ist nicht wild. Dachte, vielleicht habe ich nur die Einstellung übersehen. Aber ich habe es selber gelöst. Einfach in den Fenstermodus gewechselt. Das Fenster verschoben. Alter. Big Brain Move. Auf jeden Fall. Finde ich gut. Corny, Hallöchen. So. Ähm. Ich glaube im... Hallo? Nee. Alter. Ich werde hier angeschossen. Ich glaube, ich wollte gerade mal gucken, wie das mit den Dungeons war. Spielersuche? Ist das dabei? Heilige Prüfung. Ja. Spieler an 2.2, Stufe 5 plus, Rüstwert 32 plus. Können wir zu zweit machen. Nur die Würdigen dürfen passieren. Wo sehen wir denn unseren Rüstungswert? Bestimmt hier. Äh. Rüstwert. Ja, 82 habe ich da. Gar kein Problem für uns. 100. Spielersuche. 100. Läuft bei dir. Heilige Prüfung. Ja, gerade bevor es so... Okay. Let's go. Möchtest du wirklich betreten? Yes. Okay, geht los. Von 2 Sekunden angemeldet. Möchtest du das wirklich? Bevor wir jetzt allerdings in dem Dungeon Schritt machen, können wir unser Giveaway eben auswerten. Oh nein, geht's jetzt sofort los? Also nicht. Ach nee, wir müssen da so einen Hebel drücken. Okay, dann chillen wir kurz am Feuer. Und dann ziehen wir eben unsere Gewinner vom Key Giveaway, liebe Leute. Lürak, hallöchen. Ja, meine Haare fahre ich mir wieder. Ja, lila Haare sind zurück. Und dein Stab ist auch oben lila. Ja. Alles angepasst hier, Leute. Der Wahnsinn. Okay, dann gucken wir mal, wer gewonnen hat. Und zwar ist das niemand Geringeres als zum einen Skeletzo, zum anderen Rocktool und zum wieder anderen YoshiXDD. Ihr seid die Gewinners. Meldet euch bitte kurz im Chat nochmal, dass ich euch sehe, dass ich euch die Keys dann per Whisper über Twitch schicken kann. Und ja, dann habt ihr die und könnt ihr einlösen bei Steam. Runterladen und noch ein bisschen rumgamern. Beste Leben. So, da sehe ich Yoshi schon mal. Dann kannst du schon mal einen Key gleich dein Eigen nennen. Wunderbar. So, muss ihn nur ja rauskopieren immer. Zack. Dann ist Nummer 1 schon mal weg. Super Sache. Dann kann ich Yoshi schon mal rausnehmen. Dann fehle noch Skeletzo. Und Rocktool hat auch noch nicht geschrieben. Wobei, Rocktool kann ich den einfach im Discord schicken, der alte Verbrecher. Der ist bestimmt gerade wieder nur Katzen füttern oder rauchen oder mit den Katzen rauchen oder so. Den schicke ich ihm einfach im Discord. Das ist kein Problem. Wer ist denn dieser Rocktool? Ich weiß das auch nicht. Der kam auf einmal an. Und es war alles ganz, ganz seltsam tatsächlich. Leute. Ich bin immer da. Da ist er. Er ist immer in euren Herzen, Leute. Ob ihr wollt oder nicht. So, da drockt du jetzt auch seinen Key. Und dann warten wir noch einen kleinen Moment, ob sich Scarletzo meldet. Beziehungsweise kann ich gucken, ob er noch im Chat ist. Das ist immer das Problem bei längeren Giveaways. Jo, ist er. Kann ich ihn vielleicht darüber anschreiben. Jo, das geht auch. Super, dann kann ich den Key auch noch gleich raushauen. Vielleicht ist er auch gerade entspannt auf Toilette gegangen und dachte sich, boah, Leute, jetzt den größten Haufen der Welt legen. Und dann wird das schon. Okay, dann sind auch diese Keys raus. Wunderbar, dann konnten wir doch alle verteilen. Herrlich. Ramon, hi. Lass mich raten. Ein Asia-MMO. Der Stil ist auf jeden Fall flächendeckend bekannt. Das könnte man durchaus so sagen. Absolut. Nur die würdigen dürfen passieren aus Ritter der Kokosnuss. So geil, die Anspielung. Oh mein Gott, du könntest völlig recht haben. Ich hoffe, ich muss keine Rätsel beantworten, wie schnell diverse Vogelarten fliegen und so. Das wäre sehr belastend. Okay. Können wir hier normal gehen? Nee, ich kann nur so joggen. Ist das normal? Du joggst auch nur? Ja. Okay. Geil. Alles klar. Ja, dann. Ja, dann mach mal auf hier die Geschichte. Tür öffnen. Bam. Erster Dungeon, Leute. Let's go. Wer ist denn sie? Das ist bestimmt unser Gegner. Ich will ihr Schild haben. Und nicht wieder. Let's. Oh, sie hat auch so eine Maske. Sehr vorbildlich, Leute. Wir dürfen auch raus. Wie wir gehen. Schön die Arena hier. Okay. Ja, sie hatte nie eine Chance hier, Alde. Irafus, gewähre mir Stärke. Boom. Erstmal reinengaged. Sie kriegt halt so gar keinen Schaden. Oh mein Gott, wie wenig Schaden bekommt sie bitte. Jetzt geht's. Oh, sie jumpt. Alter. Hallo. Was liegt's denn da rum? Erstmal Feierabendbierchen gegönnt. Oh, das ist so aggro. Spott, weil du bist so tech. Ich hab keinen Spott. Das ist... Oh fuck. Was kommt denn jetzt? Boss-Mechaniken. Oh mein... Alter. Sind da Lücken drin? Nee, oder? Alter, was geht? Wenn das der erste Dungeon ist, ne? Hahaha. Alles klar. Alles klar. Warum schlägt der die Luft? Weil ich hoffte, dass sie vielleicht gleich nochmal in Range kommt. Aber nee, dem war nicht so. Jetzt aber. Bam. Jetzt gibt's richtig in die Fresse hier, Leute. Nein, sie springt wieder weg beim Finisher. Ist das unangenehm. Jetzt aber, Alde. Sag mal, langsam wird's aber krank. Das ist kriminell hier. Ich kann auch hüpfen. Boom. Kann nur nicht treffen. Das ist mein Problem. Zack. Komm, jetzt aber hier. Sonnenschlag. Zack. Ja, der hat gesessen. Herrlich. Ich glaube, als Range hat man's bei der ein bisschen leichter grad. Da kann man durch die Schilde flitzen. Außer, dass die mir die ganze Zeit hinterher schauen. Das ist absolut easy. Ich hab halt nicht genug Ausdauer, um diese Lücke bei den Schilden zu nutzen, um an sie ranzukommen. Ich kann halt so zwei Sekunden... Die springt wieder weg. Ich... Äh... Ah! Alles gut. Jetzt. Boom. So, Alde. Jetzt bist du fällig. Nein, die springt wieder. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber jetzt kommt sie von dir Akku offensichtlich. Das ist erstmal schön. Damit kann ich sehr gut leben. Sie ruft Schilde des Lichts herbei. Das ist mir sowas von egal. Wie lang das dauern würde, wenn du jetzt nicht dauerhaft schießen könntest, ne? Ich treffe halt gefühlt nur jeden dritten Finisher. Weil mein Timing perfekt passt so, dass sie jedes Mal weg springt. Das ist alles ganz traurig. Boom. Dann springe ich halt einfach hier so ein bisschen. Und dann kriegst du den ja noch so. Bam. Bam 204. Herrlich. Und jetzt muss sie doch eigentlich nicht springen. Jetzt könnte ich doch... Ja. Here we go. Der hat doch wenigstens mal gesessen. Jetzt macht sie wieder ihr Schild. Da können wir aber einfach hinter sie rollen. Und ihr normal drücken. Und dann ist sie ja auch im Eimer. So. Heilige Mai des Lichts. Wenn ich ehrlich bin, minimal nerviger Boss. Danke für den Key. Kein Problem. Geht's Teddy? Oh, die Truhe ist ja geil. Die Truhe ist ja der Oberhammer. Bestleistung, Leute. Schönen S-Rang. Ja. So, S-Rang. Was für S-Rang. Ich hab nur jede dritte Fähigkeit getroffen. Oh. S-Rang. Hast du keinen S-Rang? Doch, ich habe S-Rang. Deswegen ja. Ist doch gut. Ja, aber... Wie schafft man denn dann einen schlechteren Rang? Muss man erstmal halbe Stunde abgarten? Oder was? Ja. Oh mein Gott. S-Klasse, Leute. Kann ich gleich als Guide hochladen für den Boss. Ihr müsst einfach nur die ganze Zeit meckern und alles verfehlen. Easy Game. Easy Game. Total insane. Hab mir gestern beim Jacke anziehen die Schulter ausgekugelt. Du machst Sachen. War sehr angenehm. Läuf. Dafür bitte kein Guide machen. Okay. Haben wir fertig. Können wir jetzt hier nochmal looten. Oh ja. Wachsames. Die ist meistens über A. Also das ist dann super. S ist das allerhöchste, genau. Gibt bestimmt auch S-Plus oder so, je nach Game. Aber S ist erstmal wirklich nice. Deswegen sagt man ja auch sowas wie nice ass. Ja, das hängt alles damit zusammen. Einzelartiger Effekt erhöht die Verteidigung von Verbündeten in einem Radius von 5 Metern um 1,9%. Ja, lässig. Lege ich an. Wie sieht's aus? Boah, schick. Schickes Schwert auf jeden Fall. S ist saumäßig. Genau. Genau. Bei Devil May Cry fängt es halt auch mit D an und das höchste, was du haben kannst, ist dreimal S. Dreimal? Ich hab aber leider die Übersetzung von dem vergessen. Okay. Hast du rausbekommen, wo man in Blast die Tastenbelegung ändern kann? Ne, ich hab aber auch noch nicht nachgesucht. Wir können gerne mal kurz gucken, ob wir das finden. Option. Einstellung, benutzerdefinierte Fläche und dann musst du halt gucken, ob du Controller- oder Tastatureinstellung hast. Achso, hier bei Steuerungseinstellung oder was? Ja. Ach und hier dann Tastatur und Maus vermutlich, ne? Ah, ja, guck mal, hier scheint das alles zu sein. Bei benutzerdefinierte Steuerungseinstellung und da dann halt Maus und Tastatur. Und da hast du alles dabei. Da ist auch die mittlere Maustaste, da kannst du ein bisschen was umlegen. Nice. Also, Escape, F, ne? Und dann Einstellung. Steuerungsgelöte. Nice. Die Option hatte ich gar nicht. Danke. Ja, kein Problem. War das der Dungeon schon? Du kannst den Dungeon durch das Portal verlassen? Ja. Das wäre interessant. Ähm. Okay. Wollte grad sagen, meinen Sie ein anderes Portal? Außer das blau leuchtende? Das links daneben. Das ist auch blau leuchtet. Okay, das war der Dungeon. War das nicht dein altes Schwert? Ich hoffe nicht, ey. Warte. Warum? Ich habe das Wachsame bekommen und nicht das Standard Plus Eins, ne? Wieso ist denn das... Wieso ist denn mein neues schlecht? Ey, du hast recht. Das Bessere ist mein altes. Warum? Warum? Bist halt schon topgegierter. Ja, ich bin einfach komplett durchgequippt, Leute. Hä? Okay. 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 Okay, der Effekt sah halt auch nicht geiler aus, ne? Erhöht deine Verteidigung pro Gegner in einem Radius von 5 Metern um 0,9. Nein, maximal 3,6. Könnte man jetzt sagen, geil, pull ich ganzen Wald zusammen, ne? Hab 100% mehr, aber maximal 3,6. Hä? Ja, und offensichtlich habe ich mein altes Schwert auch nicht richtig angeschaut, weil ich finde es echt schick. Cool. Ja, das war der Loot. Jetzt können wir ja auch abgeben bei Redford. Vielleicht sind wir auch einfach schon total overleveled, ne? Ja, und hätten schon vor 300 Jahren bei Redford ankommen sollen. Oder haben jetzt in der Extra-Loot-Tour am Ende noch was mega geiles. Lass mal gucken. Verbrauchsgegenstände. Hier ist nämlich, ähm, die heilige Prüfungskiste. Und noch eine. Ich hab einfach zwei. Nehmen wir mal. Und? Oh, neue Stiefel. Nice. Gönnen wir uns uns einen Verbesserungsstein. Und noch eine. Und? Und Handschuhe. Ja, geil. Das hat sich schon mal mehr gelohnt als das Schwert. Und die sind auch eindeutig besser, wenn ich mir da die Zahlen angucke. Erhöht kritischen Trefferschaden um 5,6%. Das sind auch mal ein paar Zahlen. Die will ich sehen. Und die macht erst ab Stufe 9 Sinn. Okay. Finde ich nice. Dann können wir einmal Handschuhe wechseln. Ähm, zu den neuen. Die sind zwar grün, aber haben sonst auch keinen coolen weiteren Effekt. Das waren die von diesem Elite-Wolfskönigsvieh. Und was habe ich eben noch gesagt? Schuhe, ne? Schuhe, Schuhe, Schuhe. Jawohl, hier unten. Die können wir ja nicht anlegen. Die sind nur für Waldläufer. Aber die hier. Bam. Geil. Jetzt leuchte ich auch wie so eine Weihnachtsbaumkugel. Schön rot-grün vorne. Der Ampelritter. Er kommt zur Rettung. Geil. Spaß mit Flaggen. Hi. In Devil May Cry Remake gibt's Savage, S, Sadistic, 2S und Sensational. 3S als Beispiel. Also sensationell. Sensationell. Sehr interessant. Dankeschön. Für diese Erleuchtung. Erinnert mich das Spiel an Black Desert Online? Ja, auf jeden Fall. Kann man mit benennen. Also gestern hatten wir ganz, ganz viele Vergleichspunkte. Der eine sagt Neverwinter, der nächste Terra. Der nächste hat irgendwas von Aion entdeckt. Und wie es immer so ist. Und da sucht man ja auch gezielt die Vergleichspunkte. Wir kriegen Tränke der Genesung als Belohnung zum Stufenaufstieg. Und noch 3000 Gold nehmen wir natürlich mit. Und eine Genesungsschriftrolle. Schön immer Post zu bekommen. Okay. Ähm. Wo wollen wir denn jetzt noch hin? Wie sieht denn das im Questlog aus? Verlorene Schatzkarte. Besorge alle Fragmente. Kaufe Sternkörnchen bei Olvera. Taschenerweiterung. Redfords Lektion. Hm. Äh. Wie kann ich denn welche markieren? Unten mit Questverfolgung oder abbrechen? Okay. Ja, machen wir erstmal die Schatzkarte, oder? Glaube, die haben wir schon mit am längsten. Verlorene Schatzkarte. Verfolgen. Yes. Und die ist... Die ist, die ist... Wo ist sie denn? Ich hab da 0 von 8. Ach da. Echt? Ich hab 2 von 8. Aber das muss irgendwo da oben in diesem Gebäude sein, glaube ich. Wo wir die ganze Zeit drum herum rennen. Ja, da ist wieder eine orange in der Markierung. Ich weiß nur nicht, wer sie diesmal gesetzt hat. Ich weiß nur, dass es keine legendäre Beute ist, die da auf mich wartet. Ja. Das macht mich sehr, sehr traurig. Ich muss nur mal gucken, wie wir da jetzt auch am besten hinkommen. Warte mal, das ist doch in der Stadt, oder? Besorge alle Schatzkartenfragmente. Ich könnte mir halt vorstellen, dass das gerade die Markierung anzeigt. Von wegen, wo die Kartografin steht, wo wir die abgeben können. Hm. Dann gehen wir vielleicht erstmal zur 8 darunter. Das ist hier oben rechts. Warte mal. Weil da müssen wir jetzt komplett in die Stadt zurück. Was jetzt auch nicht der super Akt ist, weil wir ja alle 3 Sekunden neue Schnellreisestationen haben. Hier ist ja auch schon wieder eine. Aber davon abgesehen, können wir ja dann trotzdem erstmal hier noch rumwuseln. Hey. Ich denke, das sind Zufalls-Drops. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass die verschiedensten Mobs hier einfach die Möglichkeit haben, das zu droppen. Pilzjagd. Besiege die Wutpilze. Das ist wieder so ein Event, was jetzt 3 Stunden quasi aktiv ist. Und was ist das da? Was ist das? Das ist ein Schatzgoblin. Gib mir Loot. Gib mir Loot. Oh Gott. Der verliert so gar kein Leben, ne? Er verliert gar kein Leben. Oh mein Gott. Leute, wo sind die Spieler? Oh, jetzt kommen auch alle. Let's go. Ein Schatzgoblin-Event. Alle sind da. Geil. Okay. 97% nur noch, Leute. Er hat Loot gespawnt. Erhalten. Ja. Meins. 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 Okay, er lässt Loot fallen. Ah, wenn man ihn schlägt. Oh mein Gott, so viele Kisten. Her damit. Her damit. Ist das beknackt. Alle schlagen komplett drauf ein, Junge. Oh mein Gott, was passiert? Das ist diese Währung, die man braucht für, ich vermute immer noch, das ist der Free-to-Play-Aspekt dann. Ah. Wo man bestimmt kaufen kann. Ja. Der Stern-Paller gelöst. Also ich weiß nicht, ob es das ist, aber ich vermute es, weil... Könnte sein. Wir haben uns letztes Mal nämlich gefragt, wo wir diese eine sehr seltene Währung herbekommen. Und haben dann geschlussfolgert, dass das die Währung ist, die man eben auch für Echtgeld dann erwerben kann. Ähm, um eben... Eine Mine, nice. Bam. Um damit dann Zusatz-Mounts und so freizuschalten. Und haben dann aber auch gesehen, dass es einen Händler gibt in der Hauptstadt, der... Ähm, der, 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 einen Wechselkurs anbietet. Wo man quasi sein Gold, auch mit einem Cooldown, wo man sein Gold dann gegen diese Sternenkörnchen oder was es war, eintauscht. Das fand ich auch sehr interessant. Und wenn es natürlich dann immer mal solche Sternenjäger-Rare-Spawns hier gibt, wo man sich ja jetzt, Alter, komplett eindecken kann. Oh mein Gott, wie viele, wie viel er fallen lässt. Alter, noch mehr. Hier, gebt mir das 79 von eben drin. Jetzt liegt er auf dem Rücken. Wie seht der eigentlich aus, Mann? Was ist mit ihm? Irgendein blauer Teddybär, den wir hier schlachten für irgendwelche Sternenkörner. Alles klar. Hört auf, mir zu folgen. Ja, das ist schon krass. Also, bestimmt auch dezenter Abfuck, wenn man hier in Ruhe looten und leveln will. Und dann kommt auf einmal die Mundere Todesbrigade und verfolgt diesen Kollegen hier übers ganze Land. Und wenn du dann jetzt, wenn du dann jetzt einen schlechten Rechner hast, ne, dann guckst du natürlich besonders blöd aus der Wäsche, weil dir alles total leckt und du dir auch nur ein Sternenkörnchen bekommen wirst. Aber ansonsten finde ich Schatzgoblin-Events und so eigentlich immer ganz cool. Nette Idee für... Ja gut, wir wissen nicht, ob das jetzt nur Beta ist, aber wenn das so reinkommt und die Leute dir halt kein Geld ausgeben wollen, das wird so finanziert. Das hier dauert wahrscheinlich deutlich länger, aber ja. Ja, man muss sich halt an solchen Jagdaktionen hier beteiligen. Ey, der hat 45% Leben immer noch. Jetzt kriegt er mal Heft in die Fresse. Jetzt bestimmt irgendein krasser High-Level-GM-Char oder so mit gespawnt. Und eigentlich, wenn man das Maximum haben will, dann muss man ja asozial sein. Dann darf man ja eigentlich gar nicht mit draufhauen. Dann muss man ja nur im Kreis rennen und F-Spam die ganze... Ja, so zum Beispiel. Dann geiert man ja eigentlich nur, dass was droppt. Das ist auch ganz schön tricky, weil die Dinger klaut man sich gegenseitig. Da waren jetzt nur 28 drin. Ja, okay. Kann man machen. Kann man machen. So stelle ich mir Black Friday in den USA vor. Ey, der da hinten, der hat einen neuen Plasma-TV bekommen. Auf ihn, Leute, da ist die Sau. Das war den Sonnenschlag hinterher. Ja, ich glaube, das ist leider relativ nah dran an der Realität. Das muss man definitiv so sagen. Aber dafür, dass ich hier so rumgeiere und so viel Spam, kriege ich auch echt verhältnismäßig wenig von dem Loot, habe ich das Gefühl. Man könnte fast meinen, die Mitspieler drücken auch ein paar Tassen. Das ist ja unerhört in dem MMO. 20% noch. Ey, und am Ende explodiert er bestimmt. Und wir kriegen alle irgendwie 20.000 Euro oder so. Weil wir durchgehalten haben. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. Da kriegt man dann eine Mail, die komischerweise im Spam-Ordner landet von irgendeinem Prinzen, der ganz viel Geld verschenken will. Und dann... Ich hatte noch nie so eine Spam-E-Mail. Er hatte doch tatsächlich schon. Aber zum Glück nicht oft. Ich bin anscheinend nicht sehr beliebt bei irgendwelchen Prinzen mit sehr viel Geld. Aber das ist okay. Dafür habe ich jetzt Sternenstaub. Er ist tot, Leute. We did it. We did it. Krass, hier sind noch ein paar Kisten. Und 10.000 Pilze, die wir jetzt mittlerweile alle zusammengepullt haben. Ja, und dann müssen wir gleich mal gucken, wie viele Beute wir jetzt insgesamt hatten. 43.000 Sternteile habe ich jetzt. Was? Ja. Du hast 43.000? Ja. Ich habe 400. Oh. Und ich bin der Geier. Ja. Upsi. Ah, ja. 43.000? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das ein Ausgleich ist, wenn man mit Echtgeld bezahlt. Ich habe jetzt von einem Mob lediglich 43.000 ergeiert. Das klingt erstmal sehr wenig. Wie viel kannst du jetzt für ein häufiges Mount kaufen? Warte mal. Ne, dafür brauche ich doch diese... Dafür müssen wir später mal wieder in die Hauptstadt gehen. Achso. Okay. Da kriegt man doch bestimmt die. Ja, aber guck mal, bei diesen Kampagnen, da kostet eine 50.000. Haben wir gestern noch gesagt. Sie soll nicht mal eine davon kaufen. Ja, nicht mal eine, Freunde. Nicht mal eine. Ich habe 400. Alter. Ich teile mit dir. Ja, das ist sehr Nächstenliebend. Das freut mich. Okay. Wir zerteilen jetzt erstmal ein paar Körper hier von den Banditen. Wobei ich jetzt ungern denen allen hinterherrennen möchte. Fight ich lieber mit Nella hier gerade mal. Boom. Boom. Sehr nice. Okay. Mein Finisher kam wie immer nicht durch. Ey, das ist ja cool. Was ist das denn? Irgendeine Eisranke. War das deine? Weiß ich nicht. Hier war eben so eine richtig heftige Eisranke. Ja, so ähnlich sah das aus. Nur viel, ich sag mal, manifestierter. Man hätte halt wirklich einfach direkt losleiten können da drauf. Shireen Rich Kid genauso. Ja, vor allem, was Sohi gerade schreibt, ist diese Kampagne, die 50.000 kostet für Stufe 25. Und du hast es halt einfach gerade mit Stufe 6 fast voll. Was geht? Ich hab ja Angst, dass ich zu viel weggeiere, ne? Alter. Ja, tut mir leid, aber durch, also, dieses Geiern hab ich mich durch dich angewöhnt. Ach, ach so. Ja. So, das ist die schreckliche Wahrheit nämlich. Und ich hab's verlernt. Das ist wie so ein, wie so ein, äh, Ding, was man einfach weitergibt. Und dann verlernt man's quasi, wenn man's ihm anders beigebracht hat, Leute. Ich erinnere dich gestern an ein Schild, wo du mich nicht mitnehmen wolltest. Ja, aber das war ja auch eine völlig andere Situation. Ne, das ist im Endeffekt genau die gleiche Situation. Das kann man jetzt wirklich überhaupt nicht vergleichen. Du hast die Geiergabe weitergegeben, ja. In einem mehrstündigen, sehr dunklen Ritual. In einem blutverschmierten Tempel. Okay, haben wir die auch fertig. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Ähm. Die Frage ist nur, Müssen wir das irgendwo abgeben? Ne, ne? Bin mir grad nicht mehr sicher, weil... Nö, einige Quests sind ja auch so automatisch abgegeben worden. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur Sternenkörnchen kaufen. Aber das ist doch bestimmt auch in der Hauptstadt, oder? Mit dem Wechselkurs. Um das kennenzulernen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also können wir eigentlich mal so einen Schnellreise-Punkt benutzen. Ja, dann gucken wir uns jetzt mal diese Schnellreise-Geschichte an. Kartenfragmente sind ja auch nicht gedroppt. Dann checken wir jetzt nochmal kurz in der Stadt vorbei. Und gucken mal, was da so geht. Vielleicht ist da auch einiges Neues aufgeploppt. Ninja looten das Game. Ja. Wenn man jetzt so diesen Aspekt gesehen hat, dann ist es halt original wirklich so. Ich denke mal, das ist nur in der Beta so viel. Ja, das Ding ist, ich würde das auch glauben, aber ich habe halt nur 400 bekommen. Das ist so das Ding dabei. Wir checken jetzt mal so einen Händler. Du könntest natürlich trotzdem recht haben, dass das jetzt auch so eine hochgepuschte Ausweichmechanik ist, damit niemand zum Testen dieser Inhalte in der Beta jetzt Echtgeld reinpumpen muss. Was natürlich geil für die Entwickler wäre, aber generell ja schon recht doof. Ähm, Wegpunkt setzen. Wie reise ich denn jetzt? Leertaste? Nö. Nutzen? Äh. Kannst du teleportieren? Das ist Bestätigung. Ne, heilige Prüfung. Nachricht wurde angenommen. Höh. Warte. Teleportieren. F. Nutzen. Leertaste. Oder kann man nur zu anderen Stationen? Das kostet Geld und ein Teleport-Ticket. What? Ach nee, oder. Oder Teleport-Ticket anscheinend. Ah. Okay, und man kann auch nur, ich dachte zu diesen anderen orangenen Markierungen geht auch, aber nein, man kann nur zu diesen festen Punkten. Ich mache es jetzt trotzdem mal für die Lulz. 135 Gold ist ja jetzt echt nicht viel. Und es war leider keine richtig. Okay. Oh Gott, so sweet. Okay. Ich wollte gerade sagen, es war keine fancy Animation, aber ich bin einfach vom Himmel gekracht. Nice. Gut. Dann. Man muss das Mount fühlen, Leute. Dann jetten wir nochmal in die Hauptstadt. Konnte man nicht schneller reiten? Wie war denn das? Äh. Springen? Bei dem Pferd ging das, aber die Ziege, äh. Die hat nicht so Bock. Das ist ja auch die schwierige Steuerung, damit du schön RP, äh, RP machen kannst. Ah. Bam. Ich hüpfe in die Freiheit. Damit du schön RP machen kannst halt. Und das ist jetzt die einfache Steuerung, was einfach permanent schnell ist. Ja, das stimmt. Oh, Iktra, sie hatte auch gerade eine gute Idee. Vielleicht hast du diesen Goldgoblin selber gelootet am Ende. Vielleicht hast du den bekommen. Das kann sein. Das, das könnte natürlich auch eine gute Möglichkeit sein. Das ist eine gute Idee, ja. Ähm, Sternkörnchen müssten wir kaufen. Ich sehe die halt trotzdem nicht auf der Map. Ich habe nur die zwei hier. Aber fragen wir nicht, wo die drei ist. Ich dachte, das wäre einfach hier in der Mitte. Ja, aber ich habe da keine Markierung. Also das war hier in der Mitte, woran ich mich auch erinnere, aber da ist die Quest-Markierung nicht. Sad. Sehr, sehr sad. Apropos Mounts, habe seit heute das Jaina Music Mount. Der geht saddi. Alter, bitte hasst mich nicht. Ja, geht sad. So nice, wenn man sich das noch sichert. So, hier ist die andere Quest mit der Kartografin. Aber mit der dürfen wir ja noch nicht viel machen können, weil wir die ja nicht fertig haben. Genau. Und der Wechselkurs war da vorne. Der Hass ist real. So sad. Ach, und hier ist doch eine Portstation. Die hatten wir nur noch nicht freigeschalten, weil man dran vorbeilaufen muss. Und ich kann mich nicht mal aufregen, weil es ist ja nur in fast allen MMOs so, dass man so einen Flugpunkt immer vorher anklicken muss und so. Und ich habe sie nicht gesehen. Bitte wechsle sie. Ja, das ist jetzt hier der Tausch, den man machen kann. So. Einmal getauscht. Quest abgeschlossen. Yo. Haben wir uns richtig gedacht? Waren nur nicht richtig angezeigt. Was machst du da? Ich gucke, was ich mir davon kaufen kann. Hm. Und ob ich das dann weitergeben könnte. Lass mal sehen. Registrierungsbenachrichtigung, okay. Und das ist jetzt für die Währung, oder was? Ja. Aha, aha, aha. Oh, das wird so ein Briefkasten gesandt. Hä, aber bei mir steht gar kein Preis. Da kann man das jetzt alles einfach so kaufen. Nee, dann erfüllt sie einfach raus vor. Also, äh, 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 ähm, Neo. Ja. Werte? Ja. Bedingungen? Ja, die Bedingungen, genau. Nicht, um das zu kaufen. Weil bei der Stoffrüstung steht hier zum Beispiel auch dran. Ähm. Obwohl, da steht gar nichts dran. Ja, deswegen, ich kaufe das jetzt auswählen. Shit, das geht nicht. Okay. Kein Handel während des Zeitraums, ja. Also, manche Sachen sind einfach gerade nicht angeboten, vermutlich. Darum haben sie auch keinen Preis. So ein bisschen wie Schwarzmarkt. Aha, boah, der Helm ist ja geil. Wie so ein Nazgul-Teil. Okay. Geben wir was zum Rebenhandschen? Ja, gönn dir. Oh, hier ist was. 20.000 Schild des Vergessenen. Aber das ist dann auch geil, ne? Wenn man sich sowas farmt oder dann für seine Twinks oder so kaufen kann. Da bin ich natürlich dein großer Freund von. Craft, das ist nur für Großverdiener, ja. Ach, Mann. Einzigartiger Effekt. Verringert die Abklingzeit von Schildwurf um ein bis zwei Sekunden. Identische einzigartige Effekte sind nicht stapelbar. Ja, gut. Wir haben vorhin ja erfahren, was so wenige Sekunden ausmachen können, ne? Dementsprechend. Das ist nicht möglich. Nicht möglich. Warum? Nicht möglich, okay. Weil das für Priester ist. Ja, das hättest du mir auch vorher sagen können. Lull. Hast du falsch gekauft. Ey, das ist auch eine geile Rüstung hier. Da hat man das Sixpack einfach außen. Da muss man sich gar nicht um Sport oder so bemühen. Man trägt es einfach mit Stolz. In der Messingbrustplatte. 817 Rüstung. Was geht. 1036. Holy fuck. Schulterstücke. Da sind bestimmt jetzt richtig geile dabei. Die sind schon mal deutlich cooler als meine. Oh, ich mag das Sugiyah anzugucken. Boah, die sind cool. Ich will schultern. Oh, die ganz nicen vom Anfang. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Okay. Okay. Ja, wir wollten aber eigentlich zu den Mounts gucken. Die waren ja weiter vorne. Ja, stimmt. Da kann ich auch noch mal verticken. Da müssen wir nur wieder nach draußen und vor der Hütte. Vor dieser kleinen, dezenten Hütte hier. Da war ja der Mount-Verkäufer. Yeah, 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 yeah. Flamler, gerade Russen, irgendwelche Mitspieler als Noobs? Oder suchen sie ein Plus-20-Key? Ich weiß es nicht. Ich habe heute gehört, dass es schon Boost-Gruppen gibt, die wohl schon Plätze für den ersten Shadowlands-Raid verkaufen und man sich da schon reinmieten kann. Was? Was zum Fick ist diese Szene eigentlich? Imagine einfach, du bist WoW-Spieler und freust dich aufs neue Add-On und lässt dich dann erstmal instant überall durchziehen. Lockst dann wieder aus, denkst, ja, war ganz schön scheiße irgendwie. Keine Ahnung, wieso. Ja, gar kein Content mehr in WoW. Ach, Mann. Was zum Fick. Raymond, hallöchen, die Ziege ist geil, ne? Die feiere ich auch. Wann wird das Game veröffentlicht? Kann ich dir gar nicht sagen, gerade original. Wenn ich ehrlich bin, die Closed-Beta geht jetzt auch nur noch ein, zwei Tage und müssen wir gleich mal gucken, wie das aussieht mit dem Release. Look at my Stab. Look at my Stab. Oh, es ist ein neuer Stab. Hast du den von den Marken jetzt gekauft? Ja. Warum kein Mount? Das ging nicht. Was? Warum? Ne, da war auch dieses, ist nicht zum Kaufen verfügbar gelöst. Ach, die haben sie halt vielleicht noch nicht mal designed, sondern die Icons reingepackt oder so. Oh, nee, wie mad. Okay. Auf jeden Fall hat mein letzter Stab 213 gemacht und der macht jetzt 653. Uff, nice. Können wir uns hier schön ziehen lassen, Leute. Wie immer. In WoW ziehe ich immer alle. Zum Beispiel unsere Red-Leitung. Und hier ist es heute mal ausnahmsweise andersrum. Das ist auch Neuland für mich, okay. Ich habe Grillfleisch mit Käse und salziges Grillfleisch. Ja, komm, mein salziges verkaufe ich. Das habe ich selbst gekocht. Darum kann ich es einfach wegschmeißen. Kisten kochen. Ich muss halt, glaube ich, ein bisschen von meinem Holz und so wegschmeißen, könnte ich mir vorstellen. Das kann sein. So leid es mir tut. Ich sehe leider nicht, wie viel was wiegt. Das stört mich gerade ein bisschen. Ich verkaufe jetzt mal das Holz. Zehnmal Holz weg. Darauf muss man ja auch achten. Ja, pass auf. Es gibt nämlich kein Gewicht pro Sache, sondern egal, was du hast an Stacks, es nimmt ein Slot weg. So neun Lederstücke in dem Slot weg, zweimal Eisenerz, nimmt ein Slot weg und so weiter. Okay, und weil ich so viel Kram habe, weil ich vorhin am Anfang einfach alles geloodet habe, was ging, habe ich jetzt auch weniger Platz. Aber damit kann ich umgehen. Junge, wo kommen diese Rüstungen mit diesem Ausschnitt über? Was? Oh mein Gott. Jetzt lauf doch nicht weg. Die Rüstung war so kurz. Sie hat einfach keine Hose an. Ja. Man konnte ihr fucking Höschen sehen. Was ist das? Du kannst dich theoretisch auch ausziehen. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Wait, habe ich eine Hose an? Also ich habe sicherlich eine Unterhose an, aber warte mal. Hose entfernen. Ja, aber guck mal, was ich für eine schöne Unterhose da anhabe. Sehr schön. Das ist ja wohl was anderes als so ein rosa Rüschenhöschen, hör mal. Das stimmt. Das ist Raid Gear, ja. Das ist best in Slot. Das ist die High-Level-Rüstung. Großes Höschen des Wals oder so. Nice. Ich sehe Shai gleich schon in High-Level-Ger rumrennen und Kraft daneben in so einem Kartoffelsack. Ja, aber die Kartoffeln, die sind dann wenigstens mit mir. Bin ich der Kartoffelkönig? Kartoffelkönig. Kapitalismus. Ja, König von Deutschland und so. Okay, ich würde meine Hose gern wieder anziehen. Mache ich auch. Und was jetzt? Hier habe ich einen geraucht mittendrin. Ich habe jetzt so blaue Schlieren überall. Das ist bestimmt vom Seelenfeuer noch so ein Effekt. Hm. Oder? Ah, nee, das ist dieser Beobachtungsmodus hier, was wir hatten. Jetzt kann ich auch so Ortsmarkierungen setzen. Da zum Beispiel kann ich jetzt sagen, so, bam, Kreis. Krass. Krass, oder? Das ist schon echt wild. Jetzt ist hier so ein Kreis. Schön statisch. Okay. Wo müssen wir denn hin jetzt eigentlich? Wachsende Gefahr, ne? Benutzt du den Entwurf? Mhm. Ähm. Redfords Keule im Bereich Verbrauchsgegenstände, um den Entwurf zu erlernen. Machen wir doch gleich mal. Die Höschenritter. Höschenritter. Bless, WoW-Nachfolger. Nein, wir wissen, es gibt nur WoW und WoW-Killer. Da ist nichts mit Nachfolger oder so. Äh, Redfords Keule. War das das? Ja, ne? Nutzen. Äh, ich brauche Sprödes Eisen, um das herzustellen. Müssen wir das überhaupt herstellen? Ah ja. Das klärst schon. Sprödes Eisen. Wo kriegen wir das denn her? Ist das auch markiert? Spröde, Spröde. Ja. Ja, da unten. Okay. Dann flitzen wir da doch mal runter und holen uns Sprödes Eisen. Yeah, yeah. Bestimmt der Gestank vom Höschen war das eben mit den blauen Schlieren. Ja, Geruchseffekte, ne? Wenn schon 4D nicht drin ist, dann müssen wir es eben so darstellen. Ganz, ganz traurig. Jetzt zieh dich wieder an, das verstört mich. Hallo, man hat doch gar nichts gesehen. Bitte euch. Keine Hose, kein Problem. So sehe ich das nämlich auch. Hungernde Wölfe hatten wir. Wir hatten, wir hatten, hatten, ähm, was hatten wir denn noch? Komische Käfer hatten wir und Pilze und Banditen. Ne, so viel Krabi hat ein Dungeon sogar schon, ne? Kann man das irgendwie spielen? Momentan ist es eine Closed Beta, da musst du dann irgendwo einen Key ergattern. Wir haben unsere aber schon alle verlost. Und ist auch nur noch bis zum 9. Und keine Ahnung, ob es nochmal eine Open Beta oder so gibt, aber dann halt zum Release. Ist nur noch nicht richtig draußen. Ist nicht alles, bis es rauskommt. Und nach einem Jahr nicht mehr gespielt wird. Erstmal WoW-Killer. Ja, da ist völlig egal, was es ist und was es für Potenzial hat. Da ist es auch irgendwie Eisen. Und es ist immer erstmal WoW-Killer. Alter. Ja. Sie hat mir mein Eisen geklaut, wenn ich die nochmal erwische, ne? Wie ist es aus? Ich raste komplett aus. Wild Runner war, glaube ich, ihr Name. Klingt wie so ein Disney-Film mit irgendwelchen Pferden. Die sich dann in Menschen verlieben und dann ganz viele Kinder kriegen. Und das wird dann wiederum Pelikane oder so. Ganz, ganz seltsamer Film. Okay, ich habe mein Eisen. Jetzt können wir seine Keule herstellen. Müssen wir gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Und seine Keule ist einfach leichter herzustellen als meine braune Hose, für die ich auch Eisenerz brauchte. Die aber aussieht wie eine Lederhose, Leute. Die Zukunft. Wenn ich euch nochmal auf meinem Rasen erwische, wie ihr hier das Erz klaut. Echt. Okay. Schmiede. Wir schmieden nochmal Questwaffe. Redfords Keule herstellen. Bam. Nice. Okay. Ich habe sie hergestellt. Ist mein Ton eigentlich komplett weg? Warum sollte er komplett weg sein? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hatte mal Ton in dem Game. Oh, dann wird er weg sein. Unangenehm. Bam. 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 Schön die Schildhiebe. Okay, Redford. Was geht? Ausgezeichnet. Bitteschön. Danke. Gute Idee. Ausrüstung verbessern. Du kannst Waffen und Rüstung mithilfe verbessern. Achso, das habe ich ja schon mal gemacht. Verbesserung, Sandwerk verbessern. Da hatten wir auch so einen Händler in der Stadt, wo wir hingehen konnten. Dann konnten wir das Item auswählen und dann konnte der das eben aufwerten. Deswegen habe ich auf meinem Schwert ja diese Plus Eins, die anscheinend auch gut genug ist, um die Dungeon-Waffe letztendlich zu outsmarten, zu outgearen. Die Gürtel sind ganz cool mit den Taschen, aber auch da habe ich noch einen. Der ist sogar Plus Zwei. Einzijartiger Effekt. Abklingzeit verringern. Schülergürtel aller. Geh mir doch weg mit dem Schülergürtel. Sprich, mit einem Ausrüstungsspezialisten, um Orfinas magischen Stab zu verstärken. Das ist aber auch nice, dass sie das als Tutorial so machen. Dass man das jetzt kennenlernt. Falls man nicht, wie ich, in der Hauptstadt schon mit allen gelabert hat und das alles irgendwie selbst rausgefunden hat, dann kann man das jetzt tun. Hier könnte ich es jetzt nochmal verbessern. Kostet halt aktuell auch nur Kohle, aber will ich irgendwie nicht. Will lieber ein neues Schwert haben. Verbessere deine Ausrüstung. Nein, muss ich es jetzt machen? Wahrscheinlich, damit du es halt wirklich, wie du sagst, einmal kennenlernst. Loll, ich habe es aber schon mal kennengelernt. Ja, nee. Oh no, da musst du die Sounds jetzt nachmachen. Das kriege ich hin. Oh, das ist gut. Können wir gleich mal angucken. Verstärken. Ich mache mal kurz mein Fenster auf. Mir ist echt warm. Okay. Ist auch warm dieser Tage. Ich frem ja voll einen ab, Leute. Angriff. Plus 31. Ja, plus 31 ist schon eine leckere Geschichte auf jeden Fall. Ist das Game auch vertont? Also wir hatten vorhin auf jeden Fall verschiedene Sounds. Ich meine auch Schläge und sonst was. Oder habe ich das nur geträumt? Aber Vertonung an sich, dass die Charaktere jetzt ständig reden, das war tatsächlich nicht der Fall. Wofür ich, hallo, recht dankbar bin, weil hier wirklich ständig alle mit Sprechblasen und so durcheinander quatschen. Aber abgesehen davon kann es natürlich auch noch an der Beta liegen, dass die jetzt nicht so viel Wert im Rahmen dieses Tests hier auf die erste Vertonung gelegt haben. Von daher kann das ja auch noch kommen, was noch nicht ist. Okay. In der Beta oder Alpha war dann die ersten Wochen auch nichts vertont. Ja, true. True, true. Hier ist eine neue Quest bei dem Ritter. Ritter von Thorthar, was geht? Ein Monster, klingt feuchterregend. Ein Kartoffelfarmer, here we go again. Ey, alles in diesem Game dreht sich um Kartoffeln. Starke Tränke, erhalte ein Elixier vom Ritter im antiken Amphitheater. Ja, das wäre eine schwere Quest dann, oder? Gib mir den Trank. Starke Tränke heißt die Quest. Hm, das habe ich nicht. Okay. Hast du bestimmt schon gemacht, heimlich. Nein, mein Gott. Nein, 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 nein. Lul. Okay. Ich bin tatsächlich die ganze Zeit nur von diesen Katzentypen zu den anderen Typen hin und her gerannt. Ja. Na gut. Dann können wir jetzt mal gucken, wegen dem Dungeon, was da abgeht. Per Morski, Dankeschön für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Irgendwie hat sich gerade meine gesamte Chat- und Zuschauerliste resettet. Das war sehr gruselig. Ähm, Spielersuche. Twitch denkt sich, nein. Nein. Ihr werdet diesen Tranken von der Woche nicht erhalten. Ich habe nur die heilige Prüfung hier stehen, tatsächlich. Okay. Der nächste wäre auf Stufe 10, steht hier. Wie macht man das Fenster denn auf? Ähm, Escape und dann oben Spielersuche. Und ich habe noch zwei Fähigkeitspunkte, sehe ich gerade. Lul. Geschenk des Heldenmuts. Da habe ich auch nur die heilige Prüfung. Hey. Hm. Unterstütze die Rechtschaffenden mit einem inspirierenden Schlachtruf, der dir und Verbündeten im Umkreis von 50 Metern 60 Sekunden lang plus 10% Verteidigung verleiht. Geil, da sehe ich mich. Und das ist wieder Abklingzeit verringern. Aber ich habe in der Arena einen Geister-Champion. Da sind jetzt Zombie-Gladiatoren in der Arena. Ach, die hat sich verändert, meinst du? Ja. Ähm, wo steht denn das? Das ist wieder so ein lilanes Symbol, deswegen gehe ich davon aus, dass wenn er in die, dann habe ich mich gerade wieder vertan. Ach so, okay. Ja, das habe ich auch mit dem lila Symbol. Besiege die Zombie-Gladiatoren. Ja, aber das scheint dann einfach so hier eine kleine Event-Quest zu sein, Leute. Nicht alles ist ein Dungeon. Ich bin so sad. Horizon, hi. Grüße, Grüße. Und da steht auf jeden Fall irgendein Geister-Willi. Bäm. Hallo, Zombie-Gladiator. Alles klar. Der hält auf jeden Fall ein bisschen mehr aus. Oh, ist so ein halber Dungeon. Le, 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 le. Le, 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 le. Ich würde gleich gerne mal meine Sound-Einstellung checken. Hast du Sound beim Kämpfen? Ja. Ja, wollte ich sagen. Ich nehme mich eigentlich bis vorhin auch. Ich weiß nicht mal, welches Ereignis den Ton komplett zerballert hat, aber irgendwie ist es sehr still geworden. Bäm. Oh. Boss besiegt. Es wird gerade sehr dunkel hier vorne. Ja. Beute. Schatzkartenfragment. Hey. Da haben wir noch eins. Sehr gut. Ja, dann müssen wir wieder raus an den Geistern vorbei. Und wenn wir oben in Sicherheit sind, checke ich mal gerade die Sound-Einstellung. Vielleicht muss ich nur an- und ausmachen. Das wäre natürlich der absolute Dream. Aber ansonsten zählt auch das, liebe Leute, zu Beta. Beta, Beta, Beta. Da ist noch nicht alles so, wie es soll. Oder es ist wenige so, wie man es sich wünschen würde. Kampagne, Spielersuche. Option war auf F. Einstellungen. So. Und hier Audio. Hm. Ist halt generell weg. Dann startet man neu. Unangenehm. Ja. Dann starte ich mal ganz kurz neu, Leute. In der Hoffnung, dass der Ton dann wieder Böcke hat. Äh. Escape. Option. Spiel schließen. Yes. Ansonsten sind wir leider heute die Tonlosen. Dann muss ich ein bisschen Schlager im Hintergrund anmachen oder so. Und aus Reflex, ne? Starte ich einfach Battle. Starte ich einfach Battle.net-Launch. Ja, das kenne ich. Danke. Oh Gott. Windows-Sounds. Ich raste aus. Oh, Skyrim ist abgestürzt. Erst mal WoW starten. Ja, exakt das. Ich starte das Game neu. Oh, ich bin plötzlich irgendwie im Shadowpan-Kloster. Hoppala. Jetzt spielen. Spiel konnte nicht gestartet werden. Das ist ja großartig. Hurra. Hurra. Aber. Ja. Ah ne, das ist immer noch, das war das mit den Zombies, alles cool. Oh, und wir haben Musik. Ja, es hat sich gelohnt. Ich hab wieder Ton. Ey, das ging voll schnell und war voll unkompliziert. Aber ja, auch das ist eben Beta, liebe Leute. Craft erst mal auf den Mond geflogen, obwohl er einfach nur Musik anmachen wollte. Ja, ich wollte einfach nur Musik anmachen und dann wurde ich zu dem geschickt und dahin. Dann war ich bei Elon Musk und dann war ich plötzlich auf dem Mars oder so in irgendeiner Kolonie. Ganz belastend, ne? Ganz, ganz belastend. Wahrscheinlich hat sie beim Schatzgoblin auch deinen Ton bekommen. Gib dir, du könntest andere Spieler im PvP töten und denen dann die Soundeinstellungen klauen. Das wär mal ein geiles Game. Okay, dann müssen die dich jagen, um sie wieder zurückzuholen. Servus.